Ich stelle mich erst mal kurz hin. Herzlich willkommen hier in Kremme. Ich freue mich, dass Sie doch so zahlreich hier erschienen sind. Herzlich willkommen bei der SPD Brandenburg. Ich habe heute die große Ehre, dieses wunderbare Format hier moderieren zu dürfen. Es wird sich nicht um eine dröge Parteiveranstaltung halten, sondern wir machen das jetzt mal anders. Und zwar ist das eine Veranstaltung, zu der es sozusagen dazu gehört, dass man alles fragen darf. Ich werde alles fragen. Dietmar, ich habe mir sehr, sehr viele Fragen ausgedacht. Aber Sie sind natürlich vor allem ganz, ganz recht herzlich eingeladen, auch Ihre Fragen zu stellen. Dafür gibt es da vorne an der Bar eine gläserne oder eine durchsichtige Box. Genau, vielen Dank. Auf Ihren Tischen finden Sie Kärtchen und Stifte hoffentlich, genügend Stifte. Und wenn Sie es nicht schon getan haben, schreiben Sie einfach Ihre Anliegen, Ihre Fragen darauf und geben es einfach in diese Box rein. Wir haben hier vor Ort auch Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die dann dementsprechend auch zu Fragen, Antwort stehen können, die jetzt hier direkt vor Ort unter den Nägeln brennen. Sie können dann auch spontan fragen, aber wir werden erst mal die Fragen beantworten, die in der Box sind. Aber Sie können ja einfach aufschreiben und dann nehmen wir die dran. Gut, das soweit zum Format. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass die noch Klappstühle sind. Ah, genau. Also es muss niemand stehen. Nehmen Sie sich Klappstühle. Nicht, dass hier jemand umkippt zwischendrin. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Für Getränke und Bockwurst und Knacker gibt es. Von daher freue ich mich auf einen sehr, sehr spannenden, unterhaltsamen Abend. Und ich freue mich natürlich, dass Dietmar Woidke hier ist. Dietmar, der Ministerpräsident des wunderschönen Landes Brandenburg. Ich bitte dich einfach mal nach oben und dann starten wir direkt. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Abend versucht, ganz viel über dich herauszufinden. Und ich habe festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Im Gegenzug zu manch anderen Politikerinnen und Politikern gibt es nicht sehr viel Privates von dir zu finden. Es gibt so einiges. Aber du bist nicht der klassische, ich mache meine Home-Story-Politiker, sondern eher so im Sinne von, ich mache halt meine Arbeit, die mache ich gut und richtig und haue dabei nicht so sehr auf die Pauke. Trotzdem möchte ich gerne mal diesen Abend auch für alle Anwesenden mal nutzen und mal ein bisschen hinter den Politiker schauen, den wir ja so in der Presse bisher kennengelernt haben. Ich handle mich mal ein bisschen durch deinen Lebenslauf. Du kommst aus Forst, beziehungsweise aus der Nähe von Forst. 120 Seelendorf. Nauendorf. So viel Zeit muss sein. Du bist da... Also der beste Teil der Stadt Forst. Das ist der beste Teil. Okay. Du bist da geboren und zur Schule gegangen? Auf dem Bauernhof groß geworden und das kennen ja hier vielleicht in der Kremner-Ecke noch einige aus älteren Zeiten. LPG-Typ 1. Das wird einigen gar nichts sagen, anderen vielleicht eine Menge. Also ich hatte eine wunderschöne Kindheit. Erstmal meine Uroma, die sehr alt geworden ist, meine Großeltern, meine Eltern und ich und mein Bruder. Wir haben in einem Haus gewohnt, alle zusammen. Und das war ein riesengroßer, schöner Bauernhof, so wie hier auch in der Gegend. Und hatten dann 10, 12 Kühe, 10, 15 Schweine, zwei Pferde, Enten, Gänse, Hühner, also das ganze Landwirtschaftsprogramm, was so laufen kann. Und im Sommer bin ich groß geworden mit Heumachen, Kühe dann auf die Weide treiben und so eine Sachen alles. Und man hatte immer Glück, wenn sie nicht auf dem Friedhof abgebogen sind, aber das sind so die kleineren Sachen. Aber das ist ja dann nur am Anfang passiert. Aber das war eine wunderschöne Kindheit und deswegen auf dem Bauernhof groß geworden. Und dort wohnst du noch in deinem Elternhaus? Ich wohne in meinem Elternhaus, wohnt mein Bruder. Ich wohne jetzt ein paar Kilometer entfernt in Forst, aber wiederum in Orts, der heißt aber Eulo. Aber auch sehr schön. Da fällt mir ein, ich habe das Allerwichtigste vergessen. Was willst du eigentlich trinken? Bevor wir uns hier den Mund fusselig reden. Erstmal Wasser und nachher wie immer ein Crème im Bier. Da schließe ich mich an. Und normalerweise, wenn ich ein Crème bin, fängt es ja an zu regnen. Das war zumindest bei den letzten Malen so. Wäre ja heute vielleicht auch ganz gut. Ja, ich wollte gerade sagen, noch sieht es gut aus, aber ich glaube, dem Land würde es, glaube ich, mal ganz gut tun, wenn mal wieder ein bisschen Regen runterkommen würde. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in Forst bleiben. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe gelesen, dass deine Eltern eher konservativer, ich würde nicht sagen CDU waren, aber eher konservativerer Natur waren. Stimmt das? Und wenn ja, wie kommt man dann, ist das ein bisschen später passiert, dann dazu, doch in die SPD einzutreten? Ja, vielleicht gerade. Sozusagen als Revolution. Also meine Mutter und mein Opa waren beide in der DDR-CDU. Und ich kannte da auch diese ganzen Geschichten, die damit verbunden waren. Ich hatte dann irgendwann mit 13, 14 mich angefangen, für Politik zu interessieren. Damals war Helmut Schmidt Bundeskanzler. Deswegen war der für mich immer eine ganz prägende Figur. Und naja, das war eben die DDR-CDU. Die DDR-CDU war ja sozusagen eine Fraktion der SED. Das ist ein bisschen böse gesagt, aber im Programm stand oben drüber der erste Satz. Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei und so weiter arbeiten wir für den Erfolg des Sozialismus an der DDR. Das ist jetzt ein bisschen abgewandelt, aber so ungefähr war es. Und ich war in der Zeit, ja, ich war christlich erzogen und habe mir gesagt, Mensch, Kommunismus ist doch eigentlich ganz schick. Das ist ja eigentlich Christentum. Also wenn alle das Gleiche haben und so weiter und so fort. Ich habe damals auch zum Entsetzen meiner Eltern, habe ich mir zu meinem 13. Geburtstag Karl Marx das Kapital gewünscht. Da dachte meine Mutter, auf den Jungen müssen wir jetzt aufpassen, das gibt pubertäre Schwierigkeiten. Aber dann mit der Zeit ist man dann doch ein bisschen erwachsener geworden. Aber was immer so war, ich war immer jemand, der Sachen hinterfragt hat, der auch für meine Eltern nicht immer einfach war. In der Schule genauso, aber für die Eltern vielleicht noch stärker, die auch darunter zu leiden hatten. Also mussten mal, muss man sich mal vorstellen zu DDR-Zeiten, beide mussten zum Schuldirektor wegen mir. Und das war, naja. Verrätst du uns, was du gemacht hast? Ja, ich habe mich geweigert, 25 Jahre zur NVA zu gehen und habe auch gesagt, für mich kommt ein längerer Wehrdienst sowieso nicht in Frage. Also Grundwehrdienst habe ich dann später auch gemacht, 18 Monate. Aber das war damals in der Schule gar nicht so einfach, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Also es gab einen Schuldirektor. Auch das kann sich heute niemand vorstellen, der ist alle zwei, drei Wochen in einer Offiziersuniform durch die Schule gegangen. Also mit diesen Beutelhosen, war Offizier der Reserve und hat sich beim Fahnenappell, einige können sich vielleicht noch daran erinnern, hingestellt und hat gesagt, damit eins klar ist, alle Jungs in der Schule wären Offizier und alle Mädels wären Lehrerin. Und also alles andere war dann schon sozusagen Majestizbeleidigung. Und naja, und das war dann für mich, es gab noch einige andere Geschichten. Wir hatten ja damals die Zeit, das war 78, 79 Einmarsch, damalige Sowjetunion in Afghanistan. Das war die Zeit der Biermann-Ausbürgerung. Und ja, dann ist es, wie es in der Schule ist. Man ist dann, ich war 16, 17 Jahre alt und wir hatten eine relativ junge Staatsbürgerkundelehrerin. Ich habe ja gesagt, es wäre in deinem Leben anders gelaufen, wenn sie nicht so jung gewesen wäre und noch dazu einigermaßen hübsch. Und da haben sich so die Penela dann da versucht, mit Informationen aus westlichen Massenmedien zu profilieren und sie da in Verlegenheit zu bringen. Das ist schon zwar regelmäßig gelungen, aber am Ende stand bei mir im Zeugnis in der 11. Klasse, Dietmar muss seine Einstellung zur Rolle eines sozialistischen Kaders überprüfen. Oha. Und das war damals deswegen schlimm, weil damit verbunden war, automatisch, dass bestimmte Studienrichtungen in der DDR, also gefragte Studienrichtungen, damit nicht mehr in Frage kamen. Und mir wurde erst mal gesagt, sie können überhaupt nicht studieren. Und dann ging es alles doch einigermaßen, aber es war dann eben die Frage, Landwirtschaft konnte ich studieren, eigentlich wollte ich veterinär Medizin machen. Okay, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Du bist ja dann zum Studium nach Berlin gegangen. Richtig. Und da kommt dann aber, zumindest ist das, was ich gelesen habe, kommt auch wieder die Schleife auch zu deiner christlichen oder evangelischen Prägung. Zumindest habe ich irgendwo gelesen, dass du im Zuge dieser, ich sage jetzt mal einer Art Studentengemeinde, dort auch nochmal dein Revolutzertum wurde dort so ein bisschen genährt. Zumindest hast du dort auch Gleichgesinnte getroffen, hast du meines Wissens nach auch das erste Mal Manfred Stolpe kennengelernt. Wie muss man sich das vorstellen? Es war so, wie es in der DDR damals war. Also man hat Räume gehabt, in der Kirche war so ein Raum, wo man zumindest meinte, das hat sich später als Urtum herausgestellt, aber wo man meinte, man ist unter sich und es sind Freunde da und man kann offen diskutieren. Und das haben wir da auch ausführlichst gemacht. Später hat sich dann herausgestellt, dass ich auch bespitzelt worden bin, dass auch Menschen, die ich für meine Freunde hielt, zumindest im weiteren Umfeld, über mich Berichte geschrieben haben. Aber es war damals natürlich eine spannende Zeit und das war ESG, KSG, evangelische Studentengemeinde, katholische Studenten, war zusammen. Die Katholiken waren da überschaubar in Berlin in der Uni. Aber es war eine tolle Zeit und ich habe 1983 dann Stolpe kennengelernt, als ich über die Studentengemeinde wiederum mich beworben hatte. Heute, Lutherjahr 1983, habe ich Führung gemacht in der Andreaskirche in Eisleben. Eine wunderschöne Kirche, wer da ist, unbedingt hingehen. Wunderbarer Flügelaltar, einer der schönsten, die ich kenne. Für mich sowieso der schönste, ist aber nicht ganz objektiv. Und da habe ich 1983 Stolpe kennengelernt und so lange kenne ich ihn schon und habe ihn letzte Woche besucht. Sehr schön. Bevor wir ins richtig politische Leben von dir einsteigen, würde ich gerne nochmal den Menschen, Dietmar Woidke, nochmal ein bisschen näher betrachten. Ich habe so ein paar Stichworte und ich würde dich mal bitten, kurz zwei Sätze dazu zu sagen. Oder einfach nur ja oder nein, beziehungsweise stimmt nicht. Kaffeesüchtig. Leider ja. Aber nur im Büro. Ich trinke zu Hause keinen Kaffee, höchstens mal am Wochenende mit meiner Familie, aber ansonsten früh, abends oder nachmittags gar nicht. Aber im Büro habe ich schon eine recht hohe Dosis. Ich muss irgendwann auf Tee umstinken. Was fällt dir zum Thema Schlagzeug ein? Zum Thema Schlagzeug fällt mir die zu Recht unbekannte Band Rock'n'Roll Rudis ein. Wer war das denn? Die haben mich damals ein bisschen mit trommeln lassen. Aber ich habe 13, 14, 15, habe so Zeppelin gehört und die Pörpel und habe mich immer für Sprachen interessiert. Habe damals sehr viel Englisch auch gelernt. War ja in der DDR nicht direkt in der Schule drin, sondern man musste dann nach der Schule noch da bleiben und dann hat man da auch Englischunterricht machen können. Aber die haben mich damals trommeln lassen, nicht wegen meines umwerfenden Talents, sondern die haben mich auch nicht was Mitleid trommeln lassen, sondern weil die einfach jemanden brauchten, der denen die Texte aufschrieb. Und dann habe ich gesessen und ich sage, ich kann manche Musik heute nicht mehr hören. Also bestimmte Sachen, man hat ja dann die Silben ja halb verschluckt und hat dann versucht, sich da irgendwas zusammenzurade zu brechen. Ich konnte damals auch noch nicht so gut Englisch. Und dann habe ich denen das aufgeschrieben, mühevoll, in Englisch. Und dann konnten sie damit aber wieder nichts anfangen. Dann musste ich wieder in Lautschrift umschreiben. Aber es war eine interessante Zeit. Es war so CCR, die Pörpel und teilweise auch Matt und Sweet, die großen Hits damals. Stimmt es, dass du Jäger bist? Ich habe die Jägerprüfung gemacht vor vielen Jahren, bin allerdings momentan theoretischer Jäger. Nee, weil meiner Frau geht es genauso. Ich weiß genau, wie wichtig die Jagd für unser Land ist. Es sind auch viele, die sich da sehr engagieren. Ich habe zweimal geschossen, ich habe zweimal getroffen, aber ich jedes Mal Angst gehabt, dass ich nicht richtig treffe und dass das arme Tier sich irgendwie quälen muss. Und deswegen habe ich es dann lieber gelassen. Das ist aber eine ganz persönliche Geschichte. Aber ich habe die Jagdausbildung gemacht, ja. Hat das was damit zu tun, ich habe gelesen, dass deine ganze Familie und du natürlich auch im Tierschutzverein Mitglieder sind? Richtig. Also das hat damit jetzt nichts direkt zu tun, aber indirekt ist es einfach die Frage. Mir haben alle immer gesagt, ja, wenn du das ehrst. Ich habe von Anfang an Zweifel gehabt. Aber warum hast du es dann gemacht? Weil ich damals als Minister zuständig war für die Jagd. Ich war damals Landwirtschaftsminister und da gehört ja die Jagd dazu. Und das ist ein recht komplizierter Bereich. Also wenn man da von der Sprache geht es los. Also Jäger-Latein wird ja immer gesagt. Mein Vater ist Jäger. Da gibt es so Begriffe, da kann der normale Mensch gar nicht mit anfangen. Punkt eins. Und der Punkt zwei ist, dass natürlich auch vom Rechtlichen her viele Dinge mit verbunden sind. Deswegen habe ich gesagt, ich will das mal machen. Habe das auch gemacht. Und dann haben mir alle gesagt, naja, wenn du das erste Mal und dann willst du sofort wieder raus. Und ich war hier erst mal froh, wenn ich heile mit dem Stück Wild dann wieder zu Hause angekommen war. Und wenn ich gesagt habe, keiner muss sich quälen. Ich habe wirklich da Angst gehabt, dass ich nicht richtig treffe und dass ich dann ein Reh oder ein Wildschwein da tagelang rumquälen muss. Und dann schließlich elendig stirbt. Und das war, ich habe da so nichts aus dem Kopf rausgekriegt. Und deswegen habe ich es dann, bleibe ich es theoretisch. Bleibt der Jagd aber eng verbunden. Sehr gut. Du hast gerade deine Frau erwähnt. Welche Rolle spielt Familie für dich im Leben? Familie spielt schon eine sehr große Rolle. Und das weiß auch jeder, gerade wenn man so einen Job hat wie ich. Ich bin viel unterwegs, ist auch immer viel Bewegung im Leben. Da ist schon wichtig, da einen festen Halt zu haben, einen Rückhalt zu haben zu Hause. Und meine Frau, da bin ich jeden Tag dankbar, ist der stärkere Teil in der Familie. Ganz eindeutig. Und sie hält mich. Und ja, und ich kriege auch von ihr immer, zu Hause ist ja nicht so, dass ich da, dass wir sagen, wir reden jetzt gar nicht über Politik. Das ist häufig mein Ziel, aber ich schaffe es meistens nicht, meine Frau davon zu überzeugen. Und ich kriege dann immer, was sie so im Laufe der Woche erlebt hat, weil wir sehen uns meistens nur am Wochenende. Wir telefonieren fünf, sechs Mal am Tag, aber ansonsten, ja, das ist schon häufig. Und welche Rolle spielt Oskar? Oskar spielt eine sehr große Rolle. Der ist jetzt zehn Jahre Familienmitglied. Oskar ist der rauer Adackel. Oskar ist der rauer Adackel. Und ja, ist ein ganz, ich sag mal, kann sich jemand, der einen Hund hat, vielleicht ein bisschen vorstellen. Aber richtig vorstellen kann sich das nur jemand, der einen Adackel hat. Und ich hab immer gesagt, der Adackel ist ja der Zwischenschritt zwischen Mensch und Hund. Also da gibt's die, es kann nur verstehen, wer Adackel hat. Und meine Frau, ich sag mal, ich hab immer Hunde gehabt, von Kindesbeinen an. Und als ich meine Frau kennengelernt habe, meine Frau, muss man dazu wissen, hatte vorher Dackel. Und dann hat sie mal später gesagt, wir hatten damals erst einen Rottweiler, eine ganze Weile noch. Und dann, ja, dann war der alt und ist gestorben. Und was macht man denn? Ach, du lässt uns mal einen Dackel holen. Klar. Dann hab ich wirklich angefangen, den Zwinger dackelsicher zu machen. Den Rottweiler Zwinger. Hab die Hütte kleiner gemacht. Meine Frau ließ mich das alles machen. Die hat da gesagt, ey, machst du gut. Also die Hütte für heute ist natürlich so groß, aber der Dackel braucht eine kleinere. Hab ich noch ein paar Bretter dazwischen gezogen. Meine Frau ließ mich das alles machen. Und dann sind wir eines Tages losgefahren. Und dann, die Moral von der Geschichte, der Dackel hat nicht einen Tag im Zwinger gesessen und schon gar keine Nacht in dieser Hütte übernachtet. Hätte mich auch so gewundert. Dackelblick kann sich nur jemand vorstellen, der guckt dich an und du fühlst dich wie der schlechteste Mensch auf Erden, wenn du sagst, jetzt aber ab hier in Zwinger. Aber es ist ein echtes Familienmitglied, ja. Und wir wissen immer, du weißt immer, wenn du den Rasen mähen musst. Wenn der Dackel nicht mehr zu sehen ist, muss der Rasen gemäht werden. Wir haben ja jetzt schon darüber gesprochen, du bist im Forst aufgewachsen. Wir haben jetzt das 30. Jahr nach der sogenannten Friedlichen Revolution. Würdest du sagen, dass man als Politiker, der im Osten groß geworden ist, einen anderen Politikstil pflegt? Das ist eine schwierige Frage, weil wir sind ja, kommen ja alle, also ich sag mal jetzt, in den 90er Jahren war das vielleicht noch ein bisschen anders als heute. In den 90er Jahren würde ich sagen, klares Ja. Lothar Kliesch ist ja heute Abend auch mit hier, ihr kennt das auch. Also damals, da ist er, damals im Landtag waren alles Menschen von einer Partei abgesehen, aber alle anderen Fraktionen bestanden aus Menschen, die vorher was anderes gemacht haben als Politik. Teilweise 20, 30 Jahre als Tierarzt unterwegs waren, als Pfarrer hatten wir, Lehrer hatten wir. Wir hatten also im Prinzip das gesamte Spektrum an Berufen, da sitzen Förster und so weiter. Und das, das sollten wir weiter behalten. Also diesen Blick von außen, von außen kommen Menschen rein mit ihren Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben, Berufsleben und nicht so sehr zu sagen, ich bin von Anfang an, vom ersten Tage an nur in der Politik. Ich halte das für immens wichtig. Beides kann sich gut ergänzen, beides ist notwendig, aber was uns natürlich prägt, also wer die DDR miterlebt hat, der weiß, glaube ich, noch stärker zu schätzen, was wir heute hier in unserem Land haben, was wir an Demokratie und Freiheit genießen und was wir vor allen Dingen mit einem starken Europa erleben. Das sind vielleicht noch, für uns ist es noch nicht ganz so normal, wie für viele andere oder für die Generation, die heute groß wird. Glaubst du denn, dass es in Ostdeutschland ein anderes Politikverständnis auch der Bevölkerung gibt? Also es wird ja momentan, gerade weil wir ja im 30. Jahr sind, gibt es ja hunderte von Studien und Eigenschaften der Ostdeutschen werden hoch und runter dekliniert. Empfindest du das auch so? Also insbesondere, weil du gerade das große Gut der Demokratie angesprochen hast. Es wird den Ostdeutschen ja oft nachgesagt, sie hätten ein anderes Demokratieverständnis. Teilst du das? Also diese Grundeinschätzung halte ich für falsch. Demokratie heißt in Ostdeutschland, in Brandenburg, aber in ganz Deutschland natürlich, dass die Menschen Demokratie befürworten, wenn Demokratie in der Lage ist, ihnen zu helfen, ihr Leben zu gestalten und auch ihre Probleme und Fragen, die sie haben, zu beantworten. Das muss Politik leisten. Das ist am Ende Demokratie. Demokratie heißt nicht, ich sitze irgendwo, finde mich selber ganz toll und sage, ich bin der Tollste und ihr müsst verstehen, dass ich das und das mache und ihr müsst dazu alle Ja sagen. Das ist nicht Demokratie. Demokratie ist Zuhören, Demokratie ist Miteinander reden und Demokratie ist am Ende Lösungen für die Menschen zu finden und nicht sich in politischen Zirkeln sozusagen gegenseitig zu beschäftigen. Da, glaube ich, ist das Verständnis in Ostdeutschland vielleicht noch ein bisschen geringer als in Westdeutschland. Aber es gibt in Westdeutschland auch eine große Erwartung an die Politik. Also wir müssen versuchen, gemeinsam diese Erwartungen zu erfüllen. Aber weil du gerade sagst, also es hat ja auch viel wirklich mit Dialog zu tun und ich meine, ich habe so eine ungefähre Vorstellung, wie dein Terminkalender aussieht und trotzdem wird dir ja, egal was man über dich liest, wird immer, du wirst als ein sehr grundsolider Mensch beschrieben. Also überhaupt nicht, keine abgehobenen Allüren. Wie erhält man sich das? Also auch nach so vielen Jahren. Wie geht das? Ich meine, du hast jetzt heute das große Glück, irgendwie mal in einer relativ lockeren Runde zu sitzen. Das wird ja nicht jede Woche der Fall sein. Dass wir dann vielleicht auch danach, wenn wir nicht überziehen, noch Gelegenheit haben, dass Leute auch persönlich mit dir sprechen können. Ich glaube, der erste Punkt, der ganz wichtig ist, man muss sich immer sagen, man weiß ja nicht, wenn man in Politik geht, wie lange macht man Politik. Man weiß auch, wenn man in Politik geht, nicht, auf welcher Ebene macht man das. Wird man als Landtagsabgeordneter, ist man irgendwann Landtagsabgeordneter noch oder wird man Staatssekretär oder vielleicht sogar Minister, das Glück hatte ich ja, oder am Ende sogar Ministerpräsident, das ist ja auch die größte Ehre. Aber das weiß man nicht. Aber eines ist gewiss, und das ist auch wieder Demokratie, man macht diesen Job nicht für immer. Und das muss, wenn man sich das verinnerlicht hat und sagt, ich unterschreibe nicht meine Briefe mit Ministerpräsident Dietmar Woidke, natürlich in offiziellen Briefsache, jetzt oben drin, sondern ich unterschreibe mit Dietmar Woidke. Und du bist also die Person bist du, du hast die Ehre, ein Amt zu machen, aber das Amt machst du immer für eine Zeit. Und das ist Demokratie. Und damit ist verbunden, dass man irgendwann es auch nicht mehr sein wird. Das ist ganz klar. Und ich freue mich immer besonders, wenn man so Klassentreffen hat. Wir haben ja vorhin über Schule geredet. Also entscheidend ist für mich immer, wie schnell kommst du mit Leuten ins Gespräch. Und wenn das Ganze ein paar Sekunden dauert oder setzt sich irgendwo hin auf dem Dorf mit Feuerwehrkameraden und so weiter und du kommst nach ein paar Sekunden, erzählst ein paar Geschichten und danach hast du eine angeregte Diskussion, denn so lange funktioniert das alles. Und dann ist auch die Welt in Ordnung. Wenn man das nicht mehr kann, noch schlimmer, wenn man sich nicht mehr raustraut, dann läuft was ganz gewaltig schief. Und dann muss man wirklich drüber nachdenken, ob es richtig ist, das weiterzumachen. Na gut, dann mache ich mir bei dir jetzt erstmal keine Sorgen. Ich habe ja erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um an dich ranzukommen, weil du sofort hier wieder direkt ins Gespräch mit den Leuten eingestiegen bist. Wir haben heute noch einen Kulturgast da. Bevor ich ihn nach oben bitte, würde ich gerne ein kleines A- oder B-Spiel mit dir machen. Ich nenne dir zwei Begriffe und du musst dich entscheiden. Wenn du nicht antworten willst, sagst du einfach weiter. Snooze oder aufstehen? Einmal Snooze. Achtsamkeit oder keine Zeit? Ich versuche achtsam zu sein, aber es ist halt auch häufig so, dass man unter Termindruck steht und das ärgert mich meistens. Also das Schlimmste ist Termindruck. Was ich meinem Büro immer wieder sage, ist lieber weniger Termine machen, aber dafür die Möglichkeit zu haben, mit den Menschen noch ins Gespräch zu kommen. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann und was ich auch Gott sei Dank nicht mache, es gibt aber Menschen, die sowas machen, auch in der Politik. Reingehen, Grußwort halten, fünf Minuten, zehn Minuten und sofort wieder rausgehen und sagen, schön, dass ich da war. Das mache ich nicht. Also eher Achtsamkeit. Facebook oder kein Facebook? Ich sage mal, ich muss es ja machen. Energie Cottbus oder TV 1861 Forst? Ja, da auf jeden Fall. Energie Cottbus und Forst ist natürlich, wenn du jetzt gesagt hättest, SV Lausitz Forst. Das ist ja der Verein, der direkt hinter meinem Gartenzaun seinen Fußballplatz hat und ich höre da am Wochenende, wenn ich dann mal zu Hause im Garten sitze, dann höre ich es da manchmal richtig knallen. Da hat man auch Angst um die jungen Menschen, die da gerade Fußball spielen. Aber wenn die Hecke nicht zugewachsen ist, kann ich zugucken. Wie geht es dir denn mit den Cottbussern? Na, momentan sind sie auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Momentan geht es mir wieder deutlich besser. Ich bin ja Mitglied bei Energie Cottbus. Ja, man leidet immer mit. Das ist ja das Schlimmste dabei. Im Fußball ist es immer so, es ist immer Emotionen mit dabei. Und wenn Emotionen nicht mit dabei sind, dann macht es auch keinen Spaß. Also man ärgert sich. Leider ärgert man sich öfter, als man sich freut. Zumindest habe ich im Rückblick so das Gefühl. Bier oder Wein? Kommt drauf an. Also ich trinke normalerweise lieber Bier. Michael Jackson oder Johnny Cash? Johnny Cash, eindeutig. Goldkrone oder Kumpeltod? Da die beide auf der Liste der verbotenen Massenvernichtungswaffen der UNO stehen. Du kannst auch weiter sagen. Kumpeltod ist, einigen werden es wissen, das ist so eine Art unvergeltter Primasprit. Der wurde als Deputat, sogenanntes Deputat, den Bergleuten gegeben. Und der Name Kumpeltod spricht Bände. Es gab ja noch einen anderen, es gab zu DDR-Zeiten noch den Kristall-Wodka. Kennt den noch jemand? Der war bei Studenten sehr beliebt. 4 Mark 60 oder 4 Mark 50. Die Flasche war aber nur 0,5 Liter. Genannt, Kurzbezeichnung war der blaue Würger. Also es gab da schon viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber ich trinke auch mal, ich trinke schon mal einen Schnaps, aber meistens einen Klaren. Okay. Ossi oder Wessi? Ossi, eindeutig. Spreewald oder Norwegen? Spreewald. Ich kenne bis heute nicht alle Ecken. Also ich bin viel im Spreewald unterwegs. Das ist ja auch nicht so weit von mir zu Hause weg. Aber der ist so vielfältig, so schön. Und man muss nur nicht immer da hinfahren, wo alle hinfahren. Und nicht, es ist ja manchmal, du kommst dich da vor, fast wie auf der Reeperbahn, dass da irgendwelche Leute die Autos abfangen und da reinlotsen und dann diese riesen Touristenkarawane da durchfährt. Sondern es gibt so viele wunderschöne, verschwiegene Eckchen. Wer da Tipps braucht, den sah ich welche. Aber nicht öffentlich. Sehr gut. Und Zuhause oder Häme? Also meine Mutter, die ist leider vor anderthalb Jahren gestorben, meine Mutter hat immer, wenn ich ein Interview gegeben habe, mich angerufen danach und gesagt, gewöhnt ihr endlich diesen schrecklichen Dialekt ab. Da hat sie gesagt, Mutter, das ist meine Muttersprache. Und das hat sie aber, am Ende hat sie es toleriert. Ich gebe mir aber Mühe. Also offiziell dann zu Hause und Häme, sag ich Häme. Häme, ne? Vielen Dank. Das war sozusagen die erste Runde. Jetzt bitte ich den Herrn Uwe Tabat nach vorn. Ihr müsst mal zusammenrutschen. Bitte? Komm du mit oder wie auch immer. Herzlich willkommen, Herr Tabat. Ja, danke. Schön, dass Sie da sind. Herr Tabat ist ein Künstler, der in Klinike wohnt. Ursprünglich aus Berlin stammt, aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Sie wohnt schon eine ganze Weile mittlerweile in Klinike. Sie beide haben sich auch schon des Öfteren gesehen, wobei wir im Vorgespräch festgestellt haben, das weiß ich nicht, ob es dir immer aufgefallen ist, aber auf alle Fälle hat sich Herr Tabat sehr gefreut, heute hier mit dabei zu sein. Und er hat uns auch ein Thema mitgebracht. Ich schaue mal in meinen tollen Briefumschlag. Es gibt drei Fragen, beziehungsweise drei Anliegen, die er mitgebracht hat. Und das erste ist im Grunde genommen gleich das, was Ihren Arbeits-, Ihren Lebensbereich beinhaltet. Und zwar das Thema Ausstellungsvergütung. Vielleicht wollen Sie mal kurz erläutern, worum es da geht. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich überlegt, was stelle ich für Fragen oder in welcher Funktion bin ich eigentlich hier. Und da macht es für mich persönlich nicht so viel Sinn, über Straßenausbau oder jetzt Kindergarten, was bei uns persönlich jetzt nicht mehr so betrifft, weil unsere Kinder jetzt schon groß sind. Aber das sind natürlich eigentlich die Themen, die wahrscheinlich mehr Leute interessieren. Ich sehe mich heute so ein bisschen als Vertretung des großen Kulturbereichs in Brandenburg, der ja so vielseitig ist und den es ja auch im Grunde genommen gilt, zu entdecken und auch zu fördern. Denn das Land, die Städte und die Wirtschaft, die sind ja schon so ein Markenzeichen und auch teilweise wird damit ja auch viel Werbung gemacht. Und für mich ist natürlich der Bereich Kultur ein bisschen interessanter oder zumindest auch persönlich dann auch, da ich da aktiv bin. Und da geht es so um die Ausstellungshonorare, wo ja Brandenburg auch Vorreiter mit war insgesamt im Vergleich der Länder. Was ja eine schöne Sache ist, dass man sagt, wenn man eine Ausstellung macht, jeder genießt das ja auch in den öffentlichen Gebäuden, dass es dann einen Vorschlag gibt oder einen Leitfaden einer Ausstellungsvergütung, die dann aber leider im Passus dann sozusagen noch offen hält, dass es doch eine Sache der einzelnen Ressorts der Verwaltung und beziehungsweise des Haushalts ist, was ein bisschen schade ist. Ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, und da spreche ich eben für einen großen Kreis an Künstlern, da so ein Minimum wenigstens als Pflichtpassus oder als Vorschlag durchzusetzen? Das können wir uns ja gerne mal angucken. Also es ist schon für Brandenburg ein richtiger Standortvorteil. Was wir an Kunstszene mittlerweile im Land haben, das ist ja hier rund um Berlin so, das ist im Haveland so, in der Uckermark und wir sehen auch jedes Jahr beim Brandenburgischen Kunstpreis, welche Vielfalt da ist. Aber ich gucke mir das gerne mal an, ich kann es jetzt nicht aus dem Lameng zusagen, aber hinschauen muss man da schon, weil in den 90er Jahren, ich habe ja vorhin mal geredet über den Landtag, wir hatten damals eine Riesenarbeitslosigkeit, wir hatten Betriebe, fast jede Woche hat ein anderer Betrieb zugemacht, ein paar hundert Leute mehr waren arbeitslos und damals ist eines so ein bisschen nur am Rande diskutiert worden und das ist die Förderung Kunst und Kultur. Da gab es so große Schwierigkeiten, weil der Haushalt sehr eng war, aber mittlerweile haben wir eine bessere Situation und Kunst und Kultur ist wirklich für uns ein Standortfaktor geworden. Aber jetzt kann ich, das kann ich jetzt aus dem, ich habe die rechtlichen Regelungen dazu nicht, aber das hieß ja so eine Richtlinie, wo sozusagen, wenn Ausstellungen gemacht werden im öffentlichen Raum, andere können wir dazu nicht verpflichten, dass dann den Künstlern auch ein... Genau, das würde sehr vielen Künstlern helfen, die auch gerade am Anfang stehen und ich kann das nur so ein bisschen aus meinem eigenen Kreis, ich bin seit 15 Jahren in Glienicke mit Familie und dort sind wir auch sehr glücklich angekommen, vorher war ich in Berlin, da gab es ohnehin nicht so ein starkes Netzwerk, nach meinem Empfinden, das fand ich so einen großen Vorteil, auch in Brandenburg, dass sich da viele zusammengetan haben und geguckt haben, was machen die anderen und das fand ich auch einen Vergleich, weil ich so sozusagen in Berlin aufgewachsen bin und dann erst später nach Brandenburg gekommen bin und jetzt hier auch natürlich voll angekommen und das war für mich so ein Wirken auch innerhalb des Netzwerkes, sich da aktiv zu gestalten, dass die Leute eben selber auch so ein bisschen aktiv werden und dann auf die Politik auch zugehen oder überhaupt ein Gehör finden, das geht glaube ich als Einzelner schwer, das wird vielen wahrscheinlich gehen, egal in welcher Berufsgruppe man tätig ist, dass man doch immer gucken muss, auch innerhalb eines Netzwerks ein bisschen mehr zu erreichen. Aber vielleicht da gleich mal anschließend, wenn Sie sagen, Sie sind nach Brandenburg gezogen und fühlen sich auch mittlerweile sehr, sehr wohl. Ich meine, das ist ja auch im Grunde genommen ein Lob für die letzten Regierungsjahre, dass Brandenburg einfach auch immer attraktiver wird. Für mich war es eigentlich eher so eine Entscheidung, dass ich ins Grüne wollte. Also ich hatte genug von Berlin. Berlin war zu laut. So als war ziemlich, und unsere Kinder waren auch noch recht klein, also das war weniger eigentlich so eine politische Entscheidung oder dass wir gesagt haben, da sind tollere, also da geht es besser zu als in Berlin oder so. Das war es nicht unbedingt, sondern für mich war es einfach erstmal raus ins Grüne, ins Umland und auch mal ein bisschen... Ja gut, aber mit der Attraktivität meinte ich ja auch klar dieses Grüne einerseits, andererseits ist es aber auch so, um sozusagen, weil Sie vorhin sagten, jetzt ist Kita ja kein Thema mehr, aber damals war es ja sicherlich ein Thema. Ja, das stimmt. Das muss ich aber dazu sagen, wir sind natürlich in der glücklichen Lage, in Klinike ein bisschen mehr am Speckgürtel zu sein und das ist natürlich, da sind die Verhältnisse unter Umständen ein bisschen anders wie dann in der Lausitz oder doch ein bisschen weiter weg. Also da ist Brandenburg doch sehr groß und hat sehr unterschiedliche Probleme. Ich glaube, dass das speziell in Klinike doch ein sehr komfortabler Ort ist und dass es da andere Regionen gibt, wo es mehr brennt und da sind wir sehr gut, auch deswegen auch sehr gut angekommen. Wobei ich jetzt zum Thema Kita, ich meine, da ist Brandenburg doch recht gut aufgestellt. Also es gibt sicherlich immer Dinge, die man verbessern kann. Es ist ja heute eine völlig andere Situation. In den 90er Jahren wurde Brandenburg damit gedroht, den Länderfinanzausgleich zu kürzen. Auf Deutsch gesagt, Lothar kann sich daran erinnern, wir streichen euch Geld, wenn ihr euch weiter so hohe Kita-Standards leistet. Also damals, die Diskussion war ja damals, Kita ist gleich Kindergefängnis. Jede Mutter, die ihr Kind in eine Kindertagesstätte schafft, ist eine Rabenmutter. Das war ja eine Diskussion, die wir in den 90er Jahren hatten. Mittlerweile sind wir stolz und froh darüber, dass wir damals erstens durchgehalten haben, zweitens diesen hohen Standard, hohe Betreuungsquoten, das sind ja bei den 3- bis 6-Jährigen haben wir fast zu 100 Prozent, diesen gehalten haben. Heute ist es wiederum eine Frage der Fachkräftesicherung. Das heißt, eine junge Frau, die arbeiten gehen will, braucht natürlich, wenn sie ein Kind hat oder zwei, einen Kita-Platz oder der Mann. Also es muss keiner zu Hause bleiben, die Kinder werden vernünftig versorgt. Und das ist natürlich ein Bereich, in dem wir unbedingt weitermachen wollen. Und jetzt haben wir das letzte Kita-Jahr beitragsfrei, seit 1. August. Und das ist auch ein Weg, den wir weitergehen wollen. Das sind 42 Millionen pro Jahr, die wir da einsetzen. Aber es sind 42 Millionen für junge Familien. Und das Geld kommt genau in dem Moment da an, weil es nicht bezahlt werden muss, wo es hingehört. Und das ist natürlich, Kinder sind die Zukunft des Landes und deswegen ist das richtig gut angelegtes Geld. Sehr gut. Bleiben wir nochmal bei Ihnen. Kunst-Kultur-Region Brandenburg. Wo gibt es denn außer dieser sogenannten Ausstellungsvergütung noch Potenzial, wo Sie sagen, da könnte auch insbesondere die SPD aktiver werden, mehr unterstützen. Ich meine, wir sind hier in dem wunderschönen Krem und hier in diesem Scheunenviertel, muss ich ja schon sagen, da ist schon extrem viel los. Und es gab auch mal eine Galerie, hat mir gerade der nette Wirt erzählt. Und die gibt es leider nicht mehr, aber trotzdem werden überall Bilder in den anderen Dingen mit ausgestellt. Aber wo könnte sozusagen noch ein bisschen mehr gemacht werden? Ich glaube, die Galerie gibt es sogar noch. Mir wurde gerade gesagt, nicht. Die ist wunderschöne einfach schön, die Galerie-Scheune, die hat leider nicht mehr gemacht. Das ist ein Möbelladen, oder? Ach so, okay. Also ein Möbelladen. Okay. Also eine Möbelgalerie. 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 Sehe ich vielleicht mehr, auch in der Außenwerbung vielleicht, wie gesagt, Brandenburgs Außenwerbung sozusagen zu verstärken. Wenn man nach außen hin, sind oft dann so diese weiten Felder dann im Blickfeld. Und da könnte man vielleicht auch mehr versuchen, die Kunst in allen Sparten, Theater, Musik und bildende Kunst, also die darstellende Kunst und eben auch die bildende Kunst mit einzubinden, die mehr mitzunehmen, was ich auf Messen oder auf Auslandsdelegationen, jetzt nicht mich unbedingt, aber eben halt, da gibt es ja so viele Leute, so viele gute Leute, die da aktiv sind. Und das wäre auf jeden Fall etwas. Und vielleicht auch ruhig die, jetzt sind ja am nächsten Wochenende die offenen Ateliers, Tage der offenen Ateliers, da möchte ich auch jeden aufrufen, doch mal zu schauen in seinem eigenen Umkreis, in dem eigenen Ort, mal zu gucken, was gibt es da für Künstler, was ist da alles vor Ort, weil da gibt es echt was zu entdecken und da macht es auch Spaß, weil da die Ateliers einfach auf sind, da kann man auch dann was trinken und manchmal bietet man auch was zu essen an, also unbedingt mal gucken und da gibt es echt eine Menge zu entdecken. Und da könnte man vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung, jetzt rede ich immer Unterstützung, aber dafür bin ich nun mal auch hier, dass da so ein bisschen mehr auch Werbung für entstehen kann, dass da im Bereich, was zum Beispiel auch Druckartikel oder dass so ein kleiner Katalog eben auch ein bisschen mehr noch verbreitet wird, das wäre wirklich ganz sinnvoll, wenn da ein bisschen mehr Unterstützung kommt. Also was wir jedes Jahr machen, ist ja der Brandenburgische Kunstpreis, der ist organisiert durch die Märkische Oder-Zeitung, gemeinsam mit der Stiftung Neu-Hardenberg. Und das ist immer ein richtiges Highlight, also erstens kommen da viele Menschen, zweitens gibt es da mittlerweile bis hin zur Fotografie, also Grafik, Malerei, die unterschiedlichsten Bereiche werden da, also darstellende Kunst wird da gezeigt. Und das ist ein richtiges Highlight und wir versuchen natürlich auch mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten, auch in der Staatskanzlei, im Landtag, da habe ich übrigens damals, ich war ja auch mal Fraktionsvorsitzender ein paar Monate, und da habe ich mein erstes Brandenburger Bild gekauft, als ich eine Ausstellung eröffnet habe und der Künstler war mit da und dann habe ich das Bild gesehen und habe gesagt, sofort roten Punkt drauf machen, verkauft. Und das war dann der Beginn bei mir in der Sammlung, mittlerweile habe ich sechs oder sieben Bilder von dem gleichen Künstler, hier in der Nähe aus Bernau. Ja, und das ist, wir haben viel mehr, als man gemeinhin denkt und manchmal sind wir Brandenburger ohnehin, man kann sagen, zu bescheiden, man kann auch sagen, wir freuen uns am liebsten nach innen. Und das ist gerade auch, was die Kunst betrifft, ist es nicht immer angebracht, wir müssen ein bisschen mehr trommeln und können auch stolz sein auf unsere Künstlerinnen und Künstler, das ist mit Sicherheit so. Genau, vielleicht mal zum Freunden nach außen, Sie haben uns ja auch zwei, drei Sachen mitgebracht, weil das Interessante bei Herrn Tabert ist, dass er sich unter anderem auch mit Wappentieren auseinandersetzt. Vielleicht können wir mal was durchgereicht bekommen. Das ist so ein Thema von mir, da ich ja beide Seiten immer sehr verinnerlicht habe und ich habe den Berliner Bär natürlich als Berliner noch im Herzen und nie ganz verlassen die Stadt, zumindest innerlich. Und dann natürlich den Brandenburger Adler als Symbol für Brandenburg und die beiden sind bei mir immer in der Konstellation, natürlich auch aufgrund der räumlichen Nähe der beiden Nachbarländer, setze ich die ein bisschen ironisch um und damit auch die Befindlichkeiten. Es gibt ja immer so ein Miteinander, ein Gegeneinander, der eine beäugt den anderen und das ist so eine Serie, die ich unter anderem eben auch, an der ich arbeite. Und das sind allerdings jetzt nur Drucke, weil die Originale sind meist so ein bisschen größer und ich habe einfach nur mal so als Beispiel, weil Kunst ja auch etwas ist zum Gucken und da kann man viel drüber reden und schöne Sachen sagen, aber im Grunde genommen ist das ja wie beim Essen oder Trinken, man möchte das dann doch direkt erfahren. Wobei ich ja jetzt so auf den ersten Blick sagen würde, kommt der Brandenburger Adler um einiges besser weg als der Berliner Bär. Ja, das wäre ja auch sonst umgekehrt. Der Bär ist ja eigentlich größer, der ist ja auch stärker und so. Normalerweise wäre es dann in der Natur unter Umständen ein anderes Gleichgewicht. Ich finde es schöner so rum, weil das ja Berlin ja oft mal als ganz starke Stadt gesehen wird und dominiert ja manchmal auch in der Darstellung. Deswegen fand ich das ganz schön zu sagen, komm, der Adler nimmt das mal umgekehrt und nimmt, was ich wie bei dem kleinen Bild da, das sieht man jetzt vielleicht nicht so, nimmt den Bär dann einfach auf die Schultern, nimmt ihn mit und dabei verliert er die Krone oder verliert sich in Brandenburg einfach. Wie auch mein Gefühl war sozusagen, von Berlin nach Brandenburg zu kommen und dabei vieles zu entdecken und manche Vorbehalte, die ja eher so, die ja nun wirklich nicht objektiv sind, die dann damit auch verschwinden. Den Punkt, Berlin überstrahlt ja oftmals so vieles, aber es bringt ja auch viele, viele positive Sachen für das Land Brandenburg. Zumindest ziehen immer mehr Leute nach Berlin, haben dort ihre Arbeit, aber es bedeutet aber auch, dass viele Leute aus Berlin nach Brandenburg ziehen, dort natürlich auch Städte beleben. Auch hier Krem, soweit ich weiß, ist eine wachsende Kleinstadt, im Übrigen eine der schönsten Kleinstädte Brandenburgs, habe ich gelesen. Ich bin jetzt leider nur kurz hier am Bahnhof angekommen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich süß. Aber was bringt das, was bringen diese an sich ja positiven Entwicklungen, was bringt das auch für, ich will jetzt nicht unbedingt Probleme sagen, sondern was bringt das für Herausforderungen für so ein großes, vor allen Dingen für so ein großes Flächenland wie Brandenburg mit sich, dass man halt einerseits Regionen hat, die extrem bevölkerungsstark sind und andererseits dann aber eben Regionen, ich meine, ich komme aus Elbe-Elster, das ist dann eher schwierig da mittlerweile mit den Menschen, so viel gibt es da nicht mehr. Wie geht man damit um? Also vor welchen Herausforderungen steht man da im Einzelnen? Also es ist so, dass Herausforderungen an allen Stellen da sind. Ich war gestern Abend in Kerzin, in einer ähnlichen Runde, haben wir gestern auch da diskutiert und die Herausforderung ist natürlich ganz klar, dass die Riesenprobleme, die Berlin hat, sind im Berliner Umland genauso zu finden. Das ist die Frage Infrastruktur, das ist aber vor allen Dingen die Frage Wohnen, also immer stärker auch soziale Frage. Diese Entwicklung, diese Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, der Zuzug, der hat ja nicht nur positive Seiten, sondern führt dazu, dass aufgrund auch vieler anderer Effekte, die momentan da sind, sich viele Menschen Sorgen machen, ob sie sich in Zukunft noch ihre Wohnung leisten können. Diese Entwicklung ist mittlerweile in Potsdam angekommen, auch in vielen Städten hier im Umland, Oranienburg, man kann ja gucken, wo man will. Und jetzt das Ganze so zu kanalisieren, dass möglichst das Land in größerer Art und Weise davon profitiert. Also die Frage, wie kann ich Berlin und das Umland von Berlin entlasten und gleichzeitig Entwicklungspotenziale in die Fläche des Landes tragen. Das funktioniert, glaube ich, nur auf eine Art und Weise, indem wir Infrastruktur stärker ausbauen, bessere Zugverbindungen, bessere Verbindungen im öffentlichen Personennahverkehr, das ist da eindeutig der Schlüssel. Es wird immer schwieriger, mit dem Auto nach Berlin reinzukommen. Es wird auch teilweise immer schwieriger, aus Potsdam mit dem Auto rauszukommen. Auch das ist nicht mehr ganz einfach. Und deswegen, schon aus diesem Grund wollen viele Menschen im öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sein. Und das ist eine gute Entwicklung. Aber das muss natürlich dann auch organisiert werden. Und da bin ich sehr froh, dass wir mit Berlin zusammen eine gemeinsame Gesellschaft haben, also Verkehrsverbund Berlin-Brandenbrück, und die sich darum kümmert, wie kann man dieses Ganze noch stärker kanalisieren. Wir haben es übrigens erlebt in Eberswalde. Verbesserung Taktfrequenz. Ich will mal ein Beispiel hier aus der Region nehmen, ich könnte noch ein paar andere bringen. Und da ist bis vor vier, fünf Jahren der Zug einmal pro Stunde gefahren. War noch nicht attraktiv. Dann fuhr der Zug zweimal pro Stunde und fast sofort anschließend hatte das Klinikum in Eberswalde keine Probleme mehr mit Ärzten, weil viele Berliner Ärzte rausgefahren sind. Und dann habe ich jetzt kurz vor Weihnachten im Klinikum und habe mit ein paar Ärzten gesprochen. Und einer war zufällig dabei, der war vorher im Wedding in einem Krankenhaus. Und der hat mir gesagt, ja klar, ich bin erstmal rausgefahren, abends wieder rinnen gefahren nach dem Dienst. Und dann sagst du dir nach einer Weile, ach naja, Familie, Kinder, eigentlich will ich ein Haus bauen. In Berlin kannst du das eigentlich gar nicht mehr leisten. Eberswalde, mir angeguckt, Schorfheide nebenan, wunderbare Gegend, viel Wasser, baue ich hier mein Haus. Ich kann ja, ich kann ja immer noch jeden Tag nach Berlin reinfahren und kann in die Kolumbiahalle gehen oder in, was weiß ich, ins Tacheles oder sonst wo hin. Oder in die Oper, um mal was Konservativeres zu sagen. Ja, und ich kann. So, dann fährt man vielleicht noch in jüngeren Jahren dann ein-, zweimal die Woche dann rüber und geht dann dahin oder hier hin. Und dann ist es so wie mit dem Reisepass. Ich habe einen Reisepass, aber ich muss nicht jedes Jahr ins Ausland fahren damit, wo ich einen Reisepass brauche. Das mache ich ja auch nicht. Und das ist, ich kann aber fahren, wenn ich das will. Und das ist, das ist ganz wichtig. Also diese Frage Infrastrukturausbau spielt für die Region eine riesengroße Rolle. Wir sehen es übrigens auch an Nauen. Nauen, eine Stadt, bis vor vier, fünf Jahren, Einwohnerrückgang, alle möglichen Probleme, verbesserte Taktfrequenz und sofort gehen die Einwohnerzahlen in die Höhe. Und die Einwohner, die da wohnen, entlasten natürlich wiederum, wenn sie aus Berlin kommen oder aus dem Berliner Umland, den Mietenmarkt in dieser Region. Das ist eigentlich ein ganz, oder ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch, dass die Menschen vernünftig Geld verdienen. Wenn sie nicht viel Geld verdienen, dann ist jede Miete zu hoch. Genau, bei daran anschließend ist ja auch, es ist natürlich toll, wenn so viele Leute nach Brandenburg ziehen. Aber das Wohnungsthema oder Hausthema hattest du gerade schon angesprochen. Aber im Idealfall kommen viele junge Leute, die sich irgendwie miteinander verlieben und Kinder bekommen. Die brauchen dann alle Kita-Plätze und Schulplätze. Wie sieht es da aus? Ich habe vorhin schon mal mit ein paar Menschen hier gesprochen. Hier in Cremes ist es so, es ist in Ordnung. Es ist halt auch von der Gegend her, es ist alles noch fein. Aber natürlich in einer wachsenden Stadt muss man ja, du musst ja immer perspektivisch rangehen. Wenn jetzt viele Kinder geboren wären, die kommen halt irgendwann in die Kita und wollen irgendwann in die Schule. Wie geht man damit um? Also jetzt nicht unbedingt hier Krem-spezifisch. Wir haben auch noch ein paar Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die auch nochmal direkt auf den Ort hier eingehen können. Aber das trifft ja viele Ecken im Land. Also es geht los bei der Bauplanung. Ganz klar. Also ich habe ja mit Bürgermeistern noch viel zu tun. Gestern Abend habe ich auch mit dem Bürgermeister in Ketzin drüber gesprochen. Es muss natürlich automatisch, wenn ich Baugebiete ausweise, das macht ja diese Bebauungsplanung, macht ja die Kommune. Also ich sage jetzt, sollen hier 50 oder 100 Einfamilienhäuser irgendwo im Berliner Umland neu entstehen. Dann ist doch eines mal automatisch klar. Es werden mindestens 100 plus x Kinder da sein. Automatisch. Also diese Zahl wird dann, wenn die Häuser stehen, das geht ja dann relativ schnell, zwei, drei Jahre. Also muss ich in diesem Moment schon anfangen, die soziale Infrastruktur mit zu planen. Ich brauche also die Kita-Plätze. Ich brauche die Schulplätze. Das muss alles miteinander passen. Ich brauche gegebenenfalls eine bessere ärztliche Versorgung und so weiter und so fort. Das muss also gemeinsam gedacht und gemeinsam geplant werden. Nur hinzugehen und zu sagen, ach da hinten habe ich noch ein Stückchen Fläche frei, da können wir noch schön Wohnbebauung ausweisen. Das reicht nicht aus, weil am Ende kommen dann die Probleme, dann sind die Kinder da und dann wird gerufen, was sollen wir jetzt machen. Also die meisten machen das auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir als Land versuchen das auch zu unterstützen. Wir haben ja auch viel Geld in die Hand genommen, gerade um Kita-Neubauten, auch Schulneubauten zu unterstützen. In den letzten Jahren sind das knapp bei 100 Millionen gewesen, in den letzten fünf Jahren. Aber da die Kommunen zu unterstützen, soziale Infrastruktur muss mitgedacht werden und sie muss dann auch mitgebaut werden. Das heißt, in dem Moment, wo die Menschen da einziehen, wo die Kinder da einziehen, müssen sie auch einen Kita-Platz haben. Und daran anschließend ist ja das, ich glaube, das ist das Thema, was viele umtreibt, nicht nur in Brandenburg. Dann sind wir wieder beim Thema Fachkräftemangel, Erzieherinnen, Erzieher, Lehrer. Ihr habt jetzt, es gibt diese Quereinsteiger und es gibt so ein paar Programme, die ihr jetzt sozusagen auflegen wollt, aufgelegt habt, um dem einfach auch Herr zu werden. Das wird jetzt, glaube ich, nichts, was sozusagen total kurzfristig die Situation an Schulen insbesondere entspannt, aber auf alle Fälle langfristig oder mittelfristig eher da wieder zu einem ordentlichen Personalschlüssel führt. Ja, auf alle Fälle. Also wir werden, das geht anderen Bundesländern genauso, Berlin gab es ja auch erst vor ein paar Tagen die Diskussion mit Frau Scheeres. Wir sind auf Quellensteiger angewiesen momentan. Und ich habe ja auch noch ein Kind, ein Gänsefüßchen zu Hause, knapp 20 Jahre, wohnt auch bei uns. Und deswegen habe ich auch noch sehr genau in Erinnerung, wie Sie, in der 9. und 10. Klasse kam Quereinsteiger in die Schule. Und das ist durchaus mitunter so, dass auch Kinder sagen, die Klasse gesagt hat, der muss, in dem Fall war es ein Mann, unbedingt hier weiterbleiben. Den wollen wir weiter haben, weil er vielleicht auch ein bisschen anders rangegangen ist und ein bisschen einen anderen Eindruck gemacht hat. Aber entscheidend ist natürlich, dass es keine Menschen sind, die keine pädagogische Ausbildung haben. Bei uns ist ja zwingend vorgeschrieben, anderthalb Jahre lang müssen Sie, also Sie hospitieren in dieser Zeit mehr oder weniger in der Schule und machen in dieser Zeit Ihre pädagogische Ausbildung. Und dann kann das Ganze auch gut funktionieren. Aber noch wichtiger ist vielleicht, dass wir in Potsdam in den nächsten Jahren auf tausend Studienplätze hochgehen werden und damit unseren Lehrerbedarf auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte selber decken können. Dankeschön. Bevor wir uns an die Kiste herantrauen, würde ich euch nochmal jeweils ein Schild in die Hand drücken. Das ist vielleicht. Wird jetzt auch nichts Schwieriges. Es ist relativ einfach. Ich stelle eine Frage. Und wir antworten. Richtig. Ich gebe zu, Sie sind nicht ganz so lustig wie die erste Runde, sondern wir gucken jetzt wirklich mal auf die Zukunft dieses wunderschönen Bundeslandes. Erste Frage. Gibt es eurer Ansicht hier in Brandenburg genügend Tarifarbeitsplätze? Okay, ihr seid euch schon mal einig, das ist gut. Aber was hat das zur Folge? Erstens, warum sind es zu wenige und was hat das vor allen Dingen für das Land zur Folge? Ja, also für mich ist es so, dass natürlich die Tarifverträge sind natürlich wichtig. Und wenn, nach meinem Empfinden, gibt es da zu wenig, das sieht man ja auch genauso im Lehrer, vielleicht auch im Lehrermangel und so, dass da eben einfach noch Plätze frei sind und nicht ohne Grund sicherlich, weil die Verträge eben nicht ausreichend sind. Ansonsten denke ich mal, ist das auch mehr ein Ressort, was eigentlich auch für einen Politiker vielleicht auch mehr Kompetenz dann hervorbringen kann. Also im öffentlichen Dienst müssen wir uns da keine Sorgen machen. Das sind normalerweise tarifgebundene Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung genauso wie in der Landesverwaltung. Problem ist aber wirklich die Wirtschaft. Wir haben in Brandenburg über alles, da sind die Sparkassen, die Verwaltung mit dabei, da ist die Industrie mit dabei, Mittelstand, Handwerk, 50 Prozent circa. Tarifgebundene und tarifangelehnte Arbeitsplätze, die Hälfte. Und teilweise verdient die andere Hälfte deutlich weniger als Tarif und deutlich weniger als Tarif heißt teilweise 20, 30 Prozent weniger als ein Kollege, der die gleiche Arbeit macht, der im Tarifvertrag ist. Und dazu kommt noch, dass häufig auch noch länger gearbeitet werden muss. Das heißt weniger Geld bei einer Wochenarbeitszeit, die zwei, drei, teilweise sogar vier Stunden länger sein kann. Also da müssen wir noch deutlich besser werden, weil das am Ende wieder was damit zu tun hat. Ich höre es ja überall mittlerweile, ob in Elbe-Elster oder in der Uckermark oder erst recht im Berliner Umland. Größtes Handicap für Brandenburg, größtes Risiko für das weitere Wachstum der Wirtschaft ist der Fachkräftemangel. Und wenn ich junge Leute in die Region bringen will, wenn ich junge Leute in die Betriebe bringen will, muss ich auch gutes Geld bezahlen, ansonsten kriege ich heute niemanden mehr. Das ist eine Weisheit, die sich noch nicht in jedem Betrieb rumgesprochen hat, aber ich glaube, da werden einige noch in den nächsten Monaten und Jahren umdenken müssen. Daran fast anschließend, muss der Mindestlohn erhöht werden? Klaus, ja. Das brauchen wir eigentlich nicht begründen. Da freut sich jeder drüber, wenn der Mindestlohn erhöht wird und es gibt ja Berufssparten, die so weit unten angesetzt sind und da wäre es einfach nötig, dass da mehr geschieht. Also das ist auch ein Appell natürlich an die Politiker. Das ist im Grunde genommen von meiner Seite aus gerne, ja. Aber da bist du ja, glaube ich, auch mit Vorreiter, Dieter. Also wir brauchen da aus meiner Sicht einen Mindestlohn von mindestens 12 Euro. 12 Euro die Stunde heißt auch, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, am Ende mit einer guten Rente rechnen kann. Alles, was unterhalb 12 Euro ist, führt dazu, dass eine Rente gezahlt wird, die teilweise, die zu großem Teil nicht zum Leben reichen wird. Und das ist aus meiner Sicht falsch. Bitte. Ich bin auch ein Arbeitgeber hier in der Region. Wir haben vor allem die Beschäftigte, wir haben auch viel reguliert, die haben die Umsetzung selber. Die Mühle sind ja verraten, Leute, die in den letzten drei Jahren. Aber es gibt Leute, die einfach viele 12 Euro verdient haben. Es gibt Leute, die haben selber, die verdienen bei Umsetzung über 13 Euro. Können Sie uns sagen, was Sie genau machen? Und auch, also ich baue auch die Lage. Und wir haben das Grund auch immer. Und wir sind sechs Generationen. Ob sie sich mit der Art sein. Es gibt einfach Leute, da muss ich auch früher gesprochen werden, die einfach keine 8 Euro oder 12 Euro verdienen. Es gibt ja auch irgendwo anderen Leuten, die wirklich hart arbeiten. Und wir gehen hoch. Und wir gehen hoch. Also ich bin der festen Überzeugung, ja, aber Sie werden noch niemand beschäftigen, der zu doof ist, eine Schippe zu halten. Es ist heute eine andere Situation als noch vor einigen Jahren. Es ist erst recht eine andere Situation als in den 90er Jahren. Also mein Bruder ist auch auf dem Bau. Deswegen kenne ich auch da die Situation ein bisschen. Der ist allerdings im Trockenbau unterwegs, in einem Unternehmen. Auch viel in Berlin wird da gebaut und viel draußen. Aber es ist auch im Baugewerbe fast unmöglich, heute jemanden zu finden. Und Sie brauchen ja am Ende gute Leute und die müssen es auch gut bezahlen. Ich würde jetzt fast sagen, wir machen erst mal hier die Runde fertig. Und Herr Woidke hat danach auch noch ein bisschen Zeitpuffer, sodass man das jetzt vielleicht nicht hier in der großen Runde... Also kurz mal dazu einen Satz, was Sie gerade, sind ja zwei Dinge, eigentlich gibt es noch der dritte, das ist den Hartz IV, das kann man auch noch mitdiskutieren. Ich bin dafür, dass jemand, der arbeiten geht, deutlich mehr Geld in der Tasche hat, als jemand, der nicht arbeiten geht. Da muss es einen klaren Abstand geben. Und wenn jemand für... Mindestlohn 8,75 Euro, so in der Dreh rum, da ist es teilweise wirklich so, dass sich die Leute fragen, kommt der wie auf die Steuerklasse an, auf vieles andere mehr. Warum gehe ich überhaupt jeden Morgen aus dem Haus und jemand anderes sagt, du bist doch bekloppt, wenn du hier zum Amt gehst, dann lebst du besser und ruhiger. Und deswegen, da der Abstand, der muss gehalten werden und der muss besser werden. Und wie gesagt, die 12 Euro sind ein Ziel, aber ich glaube schon, da müssen wir hinkommen. Und Sie können ja die Menschen auch nicht motivieren, wenn sie denen ganz wenig Geld bezahlen, dann sollen die auch die Arbeiten nicht. Vielen Dank. Ich würde jetzt mal mit der nächsten Frage, die ist im Grunde genommen direkt anschließend. Brauchen wir eine Art Grundrente, eine Art Respektrente in unserem Land? Klaus, ja. Also es ist im Grunde genommen genau die gleiche Diskussion, die wir gerade hatten, aber... Ja, es ist die Fortsetzung von dem vorher, dass natürlich zur Grundrente, also eine Grundrente einfach auch eine gewisse Sicherheit ist. Und jeder hat im Leben irgendwie auch was verdient. Und wenn man vorher wenig Grundeinkommen hatte, oder für mich persönlich würde es auch keine große Rente geben, weil ich natürlich auch nicht so ein Großverdiener bin. Aber allgemein ist man, aus welchen Gründen man auch immer wenig verdient hat im Leben oder da wenig zusammenkommt, ist eine Grundrente ganz wichtig. Weil im Alter braucht man einfach dann Geld, wahrscheinlich für Gesundheit und vielleicht nicht mehr für Riesenreisen oder alles. Aber das ist ganz wichtig, wenn wir das vernachlässigen, dann geht so ein Sozialsystem auch irgendwie. Es geht ja auch um ein würdevolles Altern. Ja, klar. In Brandenburg betrifft es diese Debatte 170.000 Menschen. 170.000 Menschen. Zur Erinnerung, wir sind knapp 2,5 Millionen. Also 5 Prozent der Bevölkerung. Und das ist eine Frage, wird ja häufig diskutiert. Wir haben auf der Bundesebene die Diskussion, was die Menschen im Land ärgert, ist, dass wir nach wie vor zwei Rentenrechte in Deutschland haben. Es gibt ein Rentenrecht Ost und es gibt ein Rentenrecht West. In diesem Jahr feiern wir gemeinsam den 30. Jahrestages Fall der Mauer. Und wenn man das mal umrechnet, die Mauer hat gestanden 28 Jahre, unterschiedliches Rentenrecht haben wir mittlerweile schon 29 Jahre. Das heißt, die Rentenmauer steht länger, als die Berliner Mauer jemals gestanden hat. Das ist der erste Punkt. Und dann wird ja mal gesagt, ich kenne auch die Kollegen in der CDU oder anderen Kammerle diskutieren, wird gesagt, ja, die Ossis, denen wurde ja damals oft gewertet, die DDR-Zeit, gab es die Aufwertungsfaktoren, was alles vernünftig und richtig war, weil viele ja nur 700, 800 Mark Ost verdient haben. Aber jetzt kommt eine Generation in Rente, die hat nur noch wenige Jahre in der DDR gearbeitet. Das heißt, sie profitiert von diesen Aufwertungsfaktoren nicht mehr. Dann kommt Fakt 2 dazu, dass in den 90er Jahren, ich habe ja vorhin mal kurz was dazu gesagt, hohe Arbeitslosigkeit, viele Menschen sind ohne eigenes Zutun arbeitslos geworden, weil einfach die Betriebe dicht gemacht haben, mussten in ABM-Maßnahmen, mussten in Qualifizierungsmaßnahmen. Für alles wurden keine Rentenbeiträge bezahlt, zumindest im Normalfall nicht. Und diese Generation kommt jetzt in die Rente. Es kommt die Generation in die Rente, die Brandenburg wieder aufgebaut hat in den 90er Jahren. Und die Brandenburg die Basis dafür geschaffen hat, dass wir heute ein erfolgreiches und stolzes Bundesland sind. Und deswegen haben es die Menschen verdient, eine Rente zu kriegen, wo sie nicht zum Sozialamt müssen und nicht Aufstocker sind. Ich habe in der Diskussion vor drei Wochen, war es glaube ich in Strausberg, ein ganzer Saal voll. Und dann haben wir unter anderem über vieles, aber auch über die Rente diskutiert. Da ist ein älterer Mann aufgestanden, Mitte 70, dessen Frau im Pflegeheim ist. Und der hat unter Tränen gesagt, ich muss in meinem Leben das erste Mal zum Sozialamt gehen, weil ich mir sonst die Beiträge für meine Frau nicht mehr leisten kann. Und das ist am Ende, das ist ja die Situation. Da wird ja mal so getan, naja, dann gibt es da die Debatte Bedürftigkeitsprüfung, ja oder nein. Weil es gibt irgendwo eine Zahnarztwitwe, die noch dazu in der deutschen Klassenlotterie drei Millionen gewonnen hat. Die mag es geben. Aber warum soll denn die Zahnarztwitwe, die, wenn sie denn 35 Jahre plus x gearbeitet hat, nicht auch die Rente kriegen, wie jeder andere sie übrigens auch kriegt, egal was er hat. Wenn ich aber alle zwinge in Brandenburg, zur Bedürftigkeitsprüfung heißt es für viele erst mal, ich stehe vor der Entscheidung, mein kleines Häuschen oder eine vernünftige Rente. Und ich weiß, wie die Menschen sich entscheiden. Die sagen dann, dann lasse ich das lieber und sehe zu, wie ich mich über die Runden schlage. Und deswegen bin ich da auch ganz klar dagegen, dass da eine Bedürftigkeitsprüfung eingeführt wird oder gemacht wird, weil es am Ende dazu führen würde, dass wiederum viele Menschen ausgegrenzt werden würden. Und deswegen vernünftige Grundrente, knapp 1000 Euro, das muss uns das wert sein, was die Menschen geleistet haben. Dankeschön. Ich habe jetzt hier, wie ihr gesehen habt, parallel mir schon mal die Karten genommen. Es sind unheimlich viele, das ist super. Und ich habe das jetzt nur mal kurz durchgescannt, von daher würde ich jetzt gerne mal zum Thema Umwelt überleiten. Und da jetzt erst mal die Frage an euch. Findet ihr die Demonstration Fridays for Future, beziehungsweise das, was dahinter steht, gut? Ja, das ist so ein bisschen gespalten. Also am Anfang war ich skeptisch, war das ja doch so ein bisschen in die Richtung ging, ich habe einen Freitag und mache den Freitag, warum mache ich das nicht am Samstag oder so. Dann fing unsere Tochter auch ein bisschen damit an, sie will da hin. Wir haben es dann immer unterbunden, weil wir es eigentlich genau diesen Punkt eben gesehen haben. Da kam immer mehr Nachdruck und ich habe gemerkt, bei den Kindern ist schon auch, da ist ein Grundverständnis dafür da und die machen das nicht nur aus Spaß. Da gibt es natürlich einen Anteil, klar, wahrscheinlich so 10, 20 Prozent, lass es mehr sein, aber die da auch aus, da hingehen, damit sie eben nicht zur Schule müssen. Aber der Grundgedanke ist bei den Kindern echt stark verhaftet. Und ich finde das inzwischen gut, aber es müsste nicht unbedingt am Freitag sein. Ja klar, dadurch greift, dadurch reden wir ja überhaupt wahrscheinlich dadurch. Dadurch ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Also ja, ich finde es gut. Ich glaube, ich könnte das fast mit unterschreiben, was du gesagt hast. Ich bin eigentlich ein bisschen erleichtert, kann man sogar sagen. Obwohl wir natürlich als Politiker, als die, die Entscheidungen zu treffen haben, da im Fokus stehen und das von uns erwartet wird, die sozusagen die 500-prozentige, aus Sicht der Kinder, der jugendlichen Lösung, dann sofort umzusetzen. Was aufgrund der Abwägung, die man zu treffen hat, nicht immer möglich ist, beziehungsweise nur eingeschränkt möglich ist. Aber ich finde es aus einem anderen Grund gut. Es gibt eine Generation in diesem Land, eine junge Generation, die sich darum kümmert, wie sich dieses Land entwickelt, darum kümmert, wie es mit ihnen weitergeht und sich in Politik einmischen will. Und das ist erstmal eine gute Nachricht. Und ich finde es aber genauso schade. Wir brauchen da gerade, was erneuerbare Energien betrifft, was neue Technologien betrifft, klimafreundliche Produktion in Summe, klimafreundlichen Verkehr, brauchen wir Lösungen. Die Lösungen werden wir nicht kriegen, wenn wir kollektiv Schule schwänzen. Also ich habe auch immer wieder gesagt, geht in die Schule, lernt, werdet Ingenieurinnen und Ingenieure und dann lasst uns gemeinsam an den neuen Lösungen arbeiten. Die brauchen wir dringend in diesem Land. Aber insgesamt finde ich es richtig toll, dass junge Menschen offenbüpfig sind, dass sie sagen, wir sagen jetzt mal der Politik, wo es lang geht. Und ich habe es ja vorhin ein bisschen angedeutet, ich war ja selber als Jugendlicher nicht ganz einfach. Deswegen muss ich das einfach gut finden. Dankeschön. Ich würde jetzt mal anfangen, einige der Karten vorzulesen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle schaffen, aber ich glaube, danach werden sich auch noch einige hier erkennbar zeigen, mit denen man noch diskutieren kann. Ich bleibe bei dem Thema Umwelt bzw. Klima. Brandenburg hat so viel erneuerbare Energien. Warum wurde erst jetzt eine Agentur für Elektromobilität initiiert? Warum wird nicht mehr in Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor gemacht? Also wir sind im Wasserstoffbereich und im Brennstoffzellenbereich sehr intensiv unterwegs. Da laufen seit vielen Jahrzehnten Forschungsprojekte an der BTU in Cottbus-Sänftenberg, in dem Falle überwiegend in Cottbus. Und in der Tat ist es so, ich will jetzt nicht die einzelnen Technologien nehmen, wir werden über die Energiewende dringend neu nachdenken müssen. Und ein neues Nachdenken heißt, wir kriegen es offensichtlich nicht hin, die erforderlichen Übertragungsnetze von Nord nach Süd zu bauen. Nun ist das vielleicht eine schlechte Nachricht für Bayern, aber nicht für Brandenburg. Weil das wiederum, ich war gestern in Eisenhüttenstadt im Stahlwerk, für viele Industrieunternehmen, für viele mittelständische Unternehmen, ist es mittlerweile, wenn sie eigene Klimaziele haben, immens wichtig, beispielsweise erneuerbare Energien in der Produktion direkt einzusetzen. Weil damit Klimaziele auch erfüllt werden können. Und mein Ziel ist es, hier stärker dafür zu sorgen, dass in Brandenburg die erneuerbaren Energien, die ja nicht nur als Standortvorteil gesehen werden, ich sage es mal ganz vorsichtig, wir hatten über 100 Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen im Land, aber wenn man hingeht und sagt, wir können hier den Strom produzieren für die Wirtschaft der Zukunft, wir können diesen Strom hier in der Region verbrauchen und nicht den Rohstoff Energie dahin tragen, über hunderte Kilometer, tausende Kilometer sogar, wo man sich nach wie vor weigert, selber größere Mengen an erneuerbarer Energie zu erzeugen, Ich bin fast davon überzeugt, wir haben hier einen riesen Standortvorteil, erneuerbare Energien hier zu nutzen. Chemische Industrie sind wir in intensiver Diskussion mit der BASF, wir sind in intensiver Diskussion auch mit den Stahlwerken und für alle ist das ein riesen Vorteil. Elektromobilität ist ein weiterer Punkt. Das wird nur funktionieren, wenn es entsprechend die Infrastruktur dazu gibt. Da muss noch mehr passieren und das kann übrigens auch eine Variante sein, um erneuerbare Energien vor Ort zu verbrauchen. Wir haben Berlin in unserer Mitte, Berlin kann sich auf uns verlassen, was Energieversorgung betrifft, Berlin wird sich nie selber aus erneuerbaren Energien versorgen können und deswegen bin ich dafür zu erzeugen, in Brandenburg und in Brandenburg möglichst auch so zu verbrauchen, dass sie hier Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Danke schön. Weiterhin noch mal Thema Mobilität. Welchen Stellenwert hat der ÖPNV in Brandenburgs Zukunft, insbesondere die Verbindungen Richtung Neuruppin und so weiter? In diese Richtung habe ich so einige Fragen bekommen, insbesondere auch was den Prignitz-Express angeht, nach Berlin, der nicht direkt durchgeführt wird und wo die einzige Linie ist, die kurz vor Berlin umkehrt. Da ist die Frage, ob du darauf antworten kannst, möchtest oder ob wir das in die Richtung der Lokalpolitik einfach mal geben. Ludger, magst du? Ich kann ja ganz kurz was sagen, ich brauche kein Mikro. Also wir haben es ja hier zu tun mit einem großen Unternehmen, das im Eigentum des Bundes ist, das heißt die Deutsche Bahn. Und wir haben es zu tun mit einem Unternehmen, das in den letzten 20 Jahren nicht immer nur gute Entscheidungen getroffen hat. Und wir haben in den wirklichen letzten 20 Jahren ist Infrastrukturausbau in diesem Bereich deutlich vernachlässigt worden. In den letzten Jahren geht es wieder ein bisschen besser voran. Aber unser Ziel ist es, wie vorhin gesagt, gerade Richtung Prignitz, Richtung Uckermark, den Ausbau der Bahnstrecken voranzutreiben. Das ist ja erstmal die Voraussetzung, überhaupt Züge fahren zu lassen. Jetzt Richtung Uckermark beispielsweise der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Berlin und Stattin. Der ist beschlossen worden nach langen Diskussionen, weil der erschließt die Hälfte der Uckermark mit, also beispielsweise Angermünde. Und dann natürlich auch hoch Richtung Prignitz. Wir haben Richtung Prignitz mit Wittenberge, mit einem ICE-Halt, nicht so eine schlechte Anbindung. Es gibt Regionen in Brandenburg, die schlechter angebunden sind. Aber wir können da auch doch deutlich besser werden, was Taktfrequenzen betrifft, Attraktivität insgesamt. Was wir brauchen, sind zwei Dinge. Infrastruktur und dann die entsprechende Bahn, die darauf fährt. Und beides dauert ein paar Jahre. Wir werden die nächste Verbesserung haben. Spätestens jetzt in diesem Jahr sind Verbesserungen in Kraft getreten. 22 wird es die nächsten geben, weil bis dahin auch noch Züge gebaut werden müssen und entsprechendes Personal ausgebildet werden muss. Also das ist hier die klare Vorgabe. Dankeschön. Willst du? Ja, ich kann gerne ergänzen. Ich glaube, zum Prignitz-Express gibt es hier im Raum keine zwei Meinungen. Nur eine. Er muss dichter fahren. Er muss einen 30-Minuten-Takt fahren. Ich freue mich, was ist das Problem jahrelang gewesen? Dietmar Woidkatz dargelegt, Infrastruktur ist vernachlässigt worden. Was für mich nur viel problematischer war, dass über Jahre die Frage S-Bahn fällten und Prignitz-Express gegeneinander ausgespielt worden ist. Das hat zu lange gedauert, bis dann, und da bedanke ich mich auch bei der Infrastrukturministerin, endlich im letzten Jahr gesagt worden ist, wir reden nicht über ein Entweder-oder, sondern über ein Sowohl-als-auch. Und das ist für mich einfach ein wesentlicher Meilenstein. Ich weiß, wenn man über Regionalbahnen redet, wenn man Infrastruktur redet, dann redet man es schnell über fünf, zehn Jahre. Und alle Leute sagen, das kann doch nicht so lange dauern. Jetzt zu behaupten, in drei Jahren oder in fünf Jahren gibt es den Prignitz-Express in 30-Minuten-Takt, wäre unaufrichtig. Ich glaube aber, der erste Punkt, und das ist auch eine wichtige Entscheidung, die die beiden Länder getroffen haben, mit dem I-2030-Projekt Korridore festzulegen, Planungsvereinbarungen zu treffen, sich nicht mehr darüber zu streiten, ob die Kostenaufteilung nach Kilometern geht und nach Fahrgästen, sondern einfach zu sagen, jeder überzahlt 50 Prozent, hat es deutlich leichter gemacht. Konkrete Planung beim Prignitz-Express, wie gesagt, wir fordern das auch in jedem Plan, 30 Minuten. Hier wird ja gerade in Wall auch die Voraussetzung geschaffen, um Überholprozesse, beziehungsweise Ausweichprozesse möglich machen zu können. Ich kann Ihnen heute nicht versprechen, wann das kommen wird. Ich kann Ihnen mal sagen, unsere Erwartungshaltung ist die S-Bahn in Felden bis 2023 und den Regionalexpress im 30-Minuten-Takt nach Norden in den 20er Jahren. Und was mir ganz wichtig ist, gebe zu, das hat mich massiv verärgert, wenn irgendwann gesagt worden ist, wir können über Tegeles reinfahren, wenn wir das Problem Gorki-Brücke gelöst haben. Da sage ich ehrlich, was immer die Gorki-Brücke für eine Verkehrsbedeutung in Berlin hat, das kann nicht unser Problem sein. Deshalb erster Schritt, auch da die Erwartungshaltung 2022, 2023, 2024, denn RE6 im Halbstundentakt noch über Spandau-Rei, um dann in den 20er Jahren auch noch direkt über Tegel bis Gesundbrunn zu kommen. Und ich glaube, dann reden wir über eine Verkehrsanbindung. Ich weiß, wo die ist, das ist, wenn man Tegel rüberfährt, da fahren drei Busse her, despektierlich und eine Straßenbahn. Aber das ist jetzt meine despektierliche Darstellung. Und dann bis 2022, 2023 diesen 30-Minuten-Takt über Spandau zu haben, um dann perspektivisch noch in den 20er Jahren auch über Tegel zum Gesundbrunn reinzukommen. Aber wie gesagt, Dietmar Woidkatz gesagt, es gibt da einen großen Player, der einen noch größeren Eigentümer hat. Und da sind wir auch darauf angewiesen, auf Druck aus der Region, da immer die deutsche Bahn auch zu motivieren, diese Planung voranzusetzen und uns nicht immer zu erklären, was nicht geht, sondern umzusetzen. Dankeschön. Dann macht es auch Spaß zu fahren. Ja, wahrscheinlich. Ich. Mir fehlt immer mal eine Entscheidung des Landes, was denn wirklich passiert. Ich bin seit dem Jahr 2000 hier und habe immer gesagt, es kommt gleich, das wird wohl weiter gemacht, das wird total verstanden. Und die Perspektive hältst du dich über Spandau. Ich würde jetzt hier ganz gern, wir haben ja nach hinten hin noch, du bist ja noch eine Weile da. Ja, wir werden leider auch nicht alle Karten schaffen, von daher würde ich jetzt gern noch, zwei Karten habe ich noch mal rausgefischt und danach gebe ich den dicken Stapel, gebe ich mal da drüben, weil das ist komplett alles kommunalpolitische Anliegen. Ihr seid hier nicht nur zum Biertrinken da. Nein, ich habe jetzt noch mal einen Aspekt, den haben wir hier noch gar nicht besprochen. Und zwar ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es oder sollte es geben, im brandenburgischen Baurecht Sonderregelungen für denkmalgeschützte Gebäude zu treffen oder zuzulassen. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht da nochmal Erläuterung notwendig ist. Also ich glaube, dass alle das Ziel haben. Das ist ja die untere Denkmalschutzbehörde beim Landkreis, Bauamt ist auch beim Landkreis, also es geht hier um zwei untere Landesbehörden. In Streitfällen ist es auch mal die obere Landesbehörde, die mit beteiligt werden muss. Wir können Denkmäler, denkmalgeschützte Bauten nur erhalten, wenn wir eine vernünftige Nutzung organisieren. Alles andere ist illusorisch. Und wir können ja nicht hingehen und sagen, wir gucken zu wie ein Haus verfällt, weil wir keine Nutzung hinkriegen, die irgendwie denkmalgerecht wäre. Es müssen vernünftige Kompromisse gefunden werden. Und ich habe den Eindruck, dass es in den letzten Jahren doch zu großen Teilen erfolgt. Aber jedes Denkmal, das verloren geht, ist schade. Und wenn es um konkrete Beispiele geht, bin ich gerne bereit, können wir uns noch dazu unterhalten, wenn es da Probleme gibt. Aber ich glaube, momentan die rechtliche Situation stimmt. Wenn die zuständigen Bearbeiterinnen und Bearbeiter ihre Spielräume ausnutzen, dürfte es eigentlich auch keine Probleme geben. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage zur Kita, würde ich noch mal rausnehmen. Das letzte Kita-Jahr, beitragsfrei zu machen, ist sicherlich gut. Wäre es nicht mindestens genauso sinnvoll, mehr in die Qualität der Kitas zu investieren? Oh, Kiste alle. Nee. Wir haben ja beides gemacht. Und wir müssen diesen Weg auch weitergehen. Also ich, meine kleine Tochter, die noch zu Hause wohnt, die wird gerade Kita-Erzieherin. Und da habe ich das auch so mitgekriegt, als sie vor der Entscheidung stand, welchen Beruf mache ich mal, hat sie Praktika gemacht. Und wir werden ja in Zukunft auch viele junge Kita-Erzieherinnen und Erzieher brauchen. Und für die ist es wieder wichtig, wie ist mein Arbeitsumfeld? Man geht da rein und dann hast du, wie viele Kinder hast du denn da? Hast du 15 zu betreuen in der Gruppe? Hast du 12? Hast du 11? Momentan haben wir bei den 3- bis 6-Jährigen 11. Da haben wir schon deutlich zugelegt. Wir waren irgendwann mal bei 15, wenn ich mich richtig erinnere. Und bei den unteren, bei den kleinsten Krippenkindern, 0 bis 3 Jahre, sind wir bei 1 zu 5 derzeitig. Also 5 kleine auf eine Erzieherin, ein Erzieher. Und das ist in den letzten Jahren, haben wir das runtergefahren. Das heißt, immer weniger Kinder pro Erzieherin, weil sie sollen ja nicht nur aufpassen, die Kinder sollen schon in der Kita was lernen. Und das ist gerade heute wichtig, was Sprache betrifft, was viele Dinge betrifft, die soziale Zusammenleben, alle möglichen Sachen. Und wollen in den nächsten Jahren Kita-Beitragsfreiheit, Kita vollkommen kostenfrei, plus Verbesserung der Qualität auf 1 zu 3. Das heißt, eine Erzieherin für 3, ganz kleine, und 1 zu 6, ne 1 zu 8, Entschuldigung, 1 zu 8 bei den 3 bis 6-Jährigen. Und das ist eine Gruppengröße, wo, das ist eine Empfehlung der Bertelsmann Stiftung, die wir anpeilen für Brandenburg Mitte der 20er Jahre spätestens. Aber hängt natürlich immer alles mit Geld zusammen. Ich will mal eine Summe sagen, wenn wir soweit sein werden, wird uns Kita, nur Kita, eine Milliarde Euro pro Jahr kosten. Aber auf der anderen Seite, jeder einzelne Euro, der da rein fließt, ist ein guter Euro für die Entwicklung des Landes Brandenburg, weil in der Kita grundlegende Fähigkeiten für die Kinder angelegt werden und ihnen damit auch die Schule leichter fällt. Und dann haben wir wieder eine gute Fachkräftesicherung im Land. Also alles hängt mit allem zusammen. Dankeschön. Ich würde die letzte Karte, die ich jetzt ausgewählt habe, gleichzeitig mal nutzen für eine Art Abschlussstatement. Es geht eigentlich darum, was du dir visionär für die nächste Legislaturperiode, Wahlperiode vorstellst, was man von dir erwarten kann. Ich würde aber gerne vorher Herrn Tabbert bitten, was Sie denn erwarten, was in den nächsten Jahren hier in Brandenburg passieren muss oder was im Grunde genommen Ihre Idealvorstellung von diesem schönen Bundesland wäre. Ja, meine Vorstellung wäre erstmal die Frage, ob es nach der Wahl dann auch solche Diskussionen noch gibt. Das wäre natürlich schön, wenn das beibehalten bleibt. Und mein Wunsch wäre natürlich auch, gerade an die sogenannten Volksparteien, doch auch ein bisschen, wieder auf ihre Grundsätze zurückzugehen. Nicht unbedingt alle in die Mitte zu krauchen oder da den Platz zu suchen, sondern auch ein bisschen so links und rechts auch ein bisschen ruhig wieder auch die Themen aufzugreifen, damit diese Randthemen in Anführungsstrichen nicht so übrig bleiben für die Splitterparteien oder für kleinere Parteien und dass es dann wieder alles so zerstreut wird, wie es sicherlich jetzt bei den Europawahlen, beim Kommunalwahlen vielleicht nicht ganz so, dann entstehen wird. Also das wäre auch so meine Vorstellung mehr, dass auch die großen Parteien auch aufeinander zugehen und da auch ein bisschen mehr wieder Konsens in der Arbeit entsteht, gemeinsames Denken, weil es heißt immer ein Brandenburg und alles zusammen, aber dass eben auch tatsächlich in der Arbeit nicht immer so der Eindruck entsteht, oh, die machen etwas oder das hört man jedenfalls oft, das ist natürlich nur ein subjektiver Eindruck, aber das wäre so etwas mein Wunsch im ganz Allgemeinen, dass da mehr Zusammenhalt auch zwischen den Parteien auch entsteht, was vielleicht nicht immer ganz einfach ist, aber doch auch an jedem Einzelnen liegt. Also wenn man jetzt über Brandenburg nachdenkt, wir haben ja auch viele Diskussionen auch im politischen Raum in den letzten Jahren gehabt, wo immer so gesagt wurde, so gemeinhin, die Gesellschaft ist immer stärker gespalten, immer stärker polarisiert, kaum einer kümmert sich noch um den anderen und das wird nur noch gestritten, übrigens nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft driftet auseinander. Ich habe im letzten Jahr gerade in Treuenbrizen das Gegenteil erlebt. Ich habe in 2018 in diesen vier Tagen, wo der Waldbrand da gewütet hat, erlebt, wie Brandenburg ist. Und ich habe es erlebt, da waren Menschen evakuiert worden, saßen dann in der Sporthalle und da bin ich mit dem Bürgermeister zusammen, Michael Knape, da hingegangen und dann steht man vor den Menschen und sie haben Angst und weil sie mussten aus den Dörfern raus, teilweise konnten sie die Tiere nicht mitnehmen, hatten Angst um Hab und Gut, um alles, was sie sich aufgebaut haben in ihrem Leben und da sieht man wirklich die Angst und man sieht dann auch, wie groß die Hoffnungslosigkeit in dem Moment war. Und als sie am nächsten Tag hingegangen sind, in der Zwischenzeit hatten Feuerwehrkameraden zusammen mit Bundespolizei, zusammen mit Landespolizei, zusammen mit Technischen Hilfswerk, mit Johann Nietern und allen möglichen etwas geschafft, was viele nicht für möglich gehalten haben. Nämlich ein Brand, der 60, 70 Meter vorm ersten Haus war und zwar brannte da der Baum von unten nach oben, 60 Meter hoch, oder die Bäume, diesen Brand noch zu stoppen. Und dann steht man am nächsten Tag wieder da, in dieser Sporthalle und kann den Menschen sagen, es dauert noch ein paar Stunden, aber sie können bald in ihre Häuser zurück, es ist nichts passiert und in dem Moment fließen Tränen. Und ich bin dann rausgegangen, es ist so emotional gewesen, dann kamen viele zu mir und haben gesagt, Mensch, danke, dass sie das geschafft haben. Ich habe ja nichts gemacht, ich habe hier ein bisschen versucht zu unterstützen, ein bisschen versucht zu organisieren, aber die eigentlich, die da draußen, die teilweise in Uniform, teilweise auch nicht in Uniform, aber die alle geholfen haben, die haben das geleistet. Und das ist dieser Zusammenhalt. Und das dann, von denen, die evakuiert waren, hat nicht einer in der Sporthalle, die vorbereitet war, mit Ligen, übernachten müssen. Da kamen alle möglichen Leute aus der Umgebung, haben gesagt, Mensch, hier, ich habe von meiner Tochter, da oben ist noch das Jugendzimmer frei, die studiert sonst wo, da könnt ihr beide drinnen schlafen, kein Problem. Und alle wurden, in der Region hatten Angebote, von Nachbarn, von Freunden, sind untergebracht worden. Die Feuerwehrkameraden, die, also alle Hilfskräfte, die da unterwegs waren, es wurde, wurden Töpfe gebracht, es wurden Pfannen gebracht, es wurden Kuchenbleche gebracht, wir hatten Angst, dass das Feuerwehrgerätehaus, was in Treuenbritzen wirklich ein großes ist, aus allen Nähten bricht, weil so viel Solidarität da war und Zusammenhalt. Und das ist, was ich mir für Brandenburg wünsche, dass wir merken, wie wichtig es ist, diesen Zusammenhalt zu haben. Auch ohne Brand. Auch ohne Brand, ohne Katastrophe, ohne Krise, dass wir, die eigentliche Stärke dieses Landes ist wirklich dieser Zusammenhalt. und diesen Zusammenhalt immer wieder auch versuchen zu befördern, den Menschen auch Mut zu machen, braucht er teilweise auch Mut. Es sind viele Dinge, viele Herausforderungen, die wir auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten gemeinsam zu bestehen haben. Aber gerade, wenn wir zurückgucken und sehen, woher wir kommen, was wir schon geschafft haben, haben wir mehr als einen Grund. Wir haben tausend Gründe, diesen Mut auch zu haben für die Zukunft unseres Landes. Aber alles ist nichts, wenn wir diesen Zusammenhalt nicht behalten in Brandenburg. Und deswegen ist das das Wichtigste für unser Land. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen recht herzlich. Zu meiner Linken steht noch der Landrat Lutzger Westkamp zur Verfügung. Ich gebe dir gleich alle Karten in die Hand. Das ist aber nett. Es tut mir leid, dass wir nicht alles geschafft haben. Herr Woidke bleibt auch noch ein paar Minuten da. Von daher ist auf alle Fälle noch Gelegenheit, noch mal zu fragen. Aber da ist eine ganz dringende Frage, sehe ich. Na dann, los. Ja, ich denke, ich bin zu hören. Erstmal, schönen guten Abend. Herr Woidke, ich bin der Bürgermeister der Stadt Kreml, Sebastian Busse. Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich sehr, Sie hier in Kreml und Sie hier in Kreml zu besitzen. Natürlich unser Landrat, der sehr, sehr gerne nach Kreml kommt. Und immer wieder sehr, sehr gerne nach Kreml kommt. Ich würde heute noch keine Antworten. Aber ich habe drei Sachen, die einfach mal uns, vielleicht die Anliegen der Stadt Kreml, die mir als Bürgermeister seit zwei Jahren jetzt wirklich wichtig sind und für alle für die Zukunft wichtig sind. Wir reden davon, wir haben kein Regen und wir reden gerade davon von den Brandeignissen, die wir sind, auch die Kreml Feuerwehr war vor Ort. Wir in Kreml brauchen eine neue Feuerwehr. Dafür ist wichtig, dass Kippmittel wieder neu gefüllt werden. Das ist für den Kreml ganz wichtig. Dann war das alleine nicht finanziert. Kann ich gleich was sagen. Kippmittel, wenn man die Feuerwehr, die Räder ausfinanzieren wird und natürlich auch die alte Technik, die alten Fahrzeuge, die schon jetzt mit, so zwischen 15 und 20 Jahre alt ist, dauert Gefahr nach der Bedarfskraft, darf ein paar Ziele eigentlich älter sein als 20 Jahre. Also da haben wir ein bisschen Nachfolge. Jetzt eine ganz wichtige Sache, die hat mit vielen Sammlungen, öffentlicher Verkehr, mit BNV, Taktverdichtung, die können geklingensweites Fleisch, damit wir einen Ausgleich schaffen, da sind wir schon gut in den Springen, die kriegen zweitens Bahnsteig. Was nutzt uns das, wenn wir nicht wachsen dürfen? Das ist für mich, der Landesentwicklungsfragen, Hauptstadt, der jetzt beschlossen wird, oder der noch jeder, der sagt, zwei Kilometer, also wirklich, die Luftlinie, anderthalb Kilometer, bis dahin geht der Stern, und ihr, Kreml, die 800 Jahre Stadtrecht haben, ihr könnt schrumpfen, ihr sollt schrumpfen, das sagt der Landesentwicklungsfragen. Das sagt er nicht. Die wissen es doch, Herr Busse, Sie wissen es doch besser. Aber er sagt, dass man in den nächsten 10 Jahren... Nein, er sagt nichts von schrumpfen. Das haben Sie falsch dargestellt. Er sagt was von wachsen. Auch für Kremmen. Aber, wir sind gerade dabei, einen neuen Flächenutzungsplan auszustellen. Mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, wir haben das Potenzial und wir können es. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Kremmen hat den Mut, Wachsen und Kreml kann wachsen. Und das ist wichtig, damit wir mehr Wohn- und Bebauung, Hausfläche ausweiten können. Das ist genau das Thema. Kann es hier gehen. Dann noch eine Sache, die Kraft. Kremmen produziert erneuerbare Energien 110 Prozent von dem, was wir verbrauchen. Kremmen braucht keine Energie. Das ist nur ein hohes Datum. Und ansonsten, ich würde, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit zu haben, aber ich habe ein goldenes Buch da. Und wenn der Ministerpräsident schon in unserer Stadt ist, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn er dort einen kleinen Satz da lässt und mit dem Unterstieg mit dem heutigen Datum. Haben Sie es denn gleich mitgebracht? Ich muss los, schnell. Na dann aber schnell. Dann aber fix. Also ich kann ja mal kurz die Fragen beantworten. Bleiben Sie vielleicht noch die zwei Minuten da. Ich versuche es kurz zu fassen. Erstens. Wir werden das KIP, ich sage es mal, kommunales Investitionsprogramm. Und daraus sind 35 Millionen in den letzten Jahren für die Unterstützung der Träger des Brandschutzes, das sind die Gemeinden, für den Bau neuer Feuerwehrimmobilien, aufgewandt worden. Nach einer Prioritätenliste, die stellt übrigens der Landesfeuerwehrverband auf, nicht das Land. Ich finde das auch ganz in Ordnung schon. Das sollen mal die Fachleute selber machen. Das KIP wollen wir weiter fortsetzen. Punkt eins, ich glaube, das kann man ganz schnell beantworten. Was die Fahrzeuge betrifft, ist eine andere Geschichte. Hängt mit dem Haushalt des Landes und da finanziert teilweise auch der Bund mit. Aber auch da wird es weitergehen. Punkt zwei, Landesentwicklungsplan, heißt für uns, dass wir ein geordnetes Wachstum wollen. Wir können im Berliner Umland jede einzelne Wiese, jeden einzelnen Quadratmeter Acker, alles zubauen. Und zwar innerhalb der nächsten wenigen Jahre. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, pro 1.000 Einwohner gibt es eine Grenze. Das ist ja der Punkt. Es gibt, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie viel, 10 Hektar. Ein Hektar pro 1.000 Einwohner. Ein Hektar pro 1.000 Einwohner. Wie viele 1.000 Einwohner hat Krem? 7.000. 7.000, 7,5 Hektar. Kann also Kremmen nicht schrumpfen, sondern größer werden. Und ansonsten wollen wir erreichen, dass die Innenstädte, die inneren Bereiche in den Gemeinden entwickelt werden. Was ich nicht will in Brandenburg, das sage ich auch ganz klar, ist, dass wir Situationen haben, wie in anderen Bundesländern. Sie können das Dorf nur noch von einem anderen Dorf und einer anderen Gemeinde unterscheiden, wenn Sie wirklich aus dem Autofenster geguckt haben und das Ortseingangsschild gesehen haben. Alles, was an Straßen ist, wird hier sonst zugebaut. Und ich verstehe das ja. Ja, das ist ein Druck da. Ich verstehe auch die Immobilienbesitzer, die sagen, ich würde gerne die märkische Fruchtfolge haben, Raps, Kartoffeln, Immobilie. Das ist nachvollziehbar. Aber was, stellen Sie sich mal vor, in 20, 30, 40, 50 Jahren, wie sieht dann Brandenburg im Berliner Umland aus? Ist es dann noch das attraktive Land, wo Leute sagen, ich ziehe heraus ins Grüne oder ziehe ich dann in eine Landschaft, die vielleicht mal eine attraktive Landschaft war und ansonsten zugebaut ist? Wir müssen wirklich beides versuchen, in Übereinklang zu bringen. Und ich glaube, dass gerade Berlin, Brandenburg, dieses Verhältnis, was ja hier auf dem Bild auch sehr schön dargestellt ist, schöner, starker Brandenburger Adler und ein Berliner Bär, der sich auf dem Rücken des Adlers erholt und hier wird er, na gut, Berlin ist wichtig, aber Brandenburg ist schön und wichtig und das wollten wir beides nie aus dem Auge verlieren. Deswegen auch die Begrenzung, die wir da haben, ansonsten erkennen wir dieses Land in einigen Jahren nicht mehr wieder. Ich muss noch etwas sagen, was wir ja kurz sagen, bitte Sie wirklich nochmal mit den Entscheidern da nochmal so nachsehen. Wir weisen 60 oder knapp 60 Hektar Gewerbe aus. Wir sind mit Investoren in Gesprächen. Der Investor kommt nur her, wenn sein Mitarbeiter die 7,5 Hektar, die wir bebauen können, wir haben sieben Ortsteile. Wie spritten wir die auch? Wo können wir denn drei Häuser hin? Das reicht nicht. Wir brauchen mindestens zwei Hektar pro 1.100, dass wir unzentriert sind. Ja, das können wir jetzt im Einzelnen nicht klären. Aber Sie können ja, ich organisiere Ihnen gerne ein Gespräch auch mit Frau Schneider. Es ist natürlich möglich, auch in bestimmten, wenn es bestimmte Gründe vorliegen, Ausnahmen zu machen und zu Sonderregelung zu kommen. Jede Regel hat auch ihre Ausnahmen. Da muss man sich das Ganze angucken, wie es mit den Investoren aussieht, welche Möglichkeiten es im direkten Umfeld gibt von Krem. Aber bitte, eines sollte man nicht vergessen. Wir dürfen nicht zulassen, dass hier alles rund um Berlin zugeknallt wird. Mittlerweile auch außerhalb des Autobahnrings. Ich war gestern in Ketzin, da ist es genau dasselbe. Wunderschöne Havel, 30 Kilometer entfernt von Potsdam, 25, 20 Kilometer von Berlin entfernt. Du kannst jedes Stückchen Grün sofort verkaufen, wenn du sagst, dir kannst du ein Haus hinbauen. Aber deswegen, Herr Busse, bitte jung nach sich. Sie holen schnell das goldene Buch. Gut, ich muss eine Zersiedlung. Deswegen haben wir eine neue Flächenbeschutzanlage. Da wollen wir die Konzentration. Bitte beschließt doch endlich den LNP, damit die Regionalplanung die nächsten Schritte tun kann, die da drinstehen. Dann können wir uns auch erweilern. Mit Berlin ist er beschlossen. Ja, aber ihr habt ihn noch nicht beschlossen. Wie haben denn? Im Sommer ist beschlossen, ist aber noch nicht in Kraft. Ist beschlossen, aber noch nicht in Kraft. Ach so. Ja gut, das kann sein. Aber beschlossen ist er. Wir haben mit Berlin in einer gemeinsamen Kabinettssitzung die mit den Berliner zusammen beschlossen. Und also wir müssen da wirklich aufpassen, dass wir unser Tafelsilber und das ist auch die Naturausstattung, das ist die Landschaft hier in der wunderschönen Region nicht verschabeln. Nicht verschabeln und verlieren. Gut. Ich muss jetzt leider doch schließen. Nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie so zahlreich hierher gekommen sind. Einerseits links an der Bar steht der Herr Landrat und steht dort machen wir danach Rede und Antwort. Herr Woidke ist auch noch eine Viertelstunde da. Von daher wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und Dankeschön. Tschüss.